Heyo Leute, Crimex hier und heute darf ich mal wieder zu einem weiteren Livestream auf einem Kanal begrüßen und heute geht es weiter mit den Spezialmissionen des Doomsday Special DLC heißt's, ihr wisst schon Bescheid Leute, das neue Update. So, ich warte mal ganz kurz noch, ob der Livestream bei euch läuft, ich hoffe bei euch läuft der bei mir läuft der auf jeden Fall und schreibt meinen Livechat, ob ihr schon alle am Start seid, meine Freunde. Heute gibt es die finalen Missionen, wo wir das U-Boot und so weiter klauen müssen. Yeah Leute, so muss das sein. Okay, was geht ab? So, okay, gut, dann geh ich mal wieder ins Game rein und wer ist heute mit dabei? Leute, wer ist denn heute alles mit dabei bei mir im Stream? Ach komm, sei ruhig. Der Gerne, stellt euch doch einfach mal vor für meine Zuschauer, ihr kleinen Penner. Alter, ich hab gar keinen Bock auf dich. Warum macht der überhaupt mit? Kann mir das mal jemand erklären? Das ist nicht okay, wie ihr gerade zu mir seid. Mein Name ist Gangster Müllko, Müllko. Digga, dein Name ist Mülltonne, Alter. Müllko, Digga. Mein Name ist Müllko, ihr Pisser. Mein Name ist Checker, Checker. Digga, ihr seid vielleicht ein paar kleine Opfer, Alter, aber das war's. Du kannst mal die Schnauze halten, ey. Ja, meine Freunde, heute gibt es auf jeden Fall die weiteren Missionen des Doomsday. Heißt DLCs, Mann. Und die Jungs sind auch wieder mit dabei, Standardskill Brocks und die MG. Ich bin schon auf dem Weg zu euch. Ich flieg mit meinem DeLorean. Was geht ab, meine Freunde? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Guckt euch mal bitte mein Outfit an, Alter. Das sieht so krass aus. Digga, dein Outfit sieht aus wie eine Mülltonne. Ich nenne dich jetzt Mülltonnen, Philipp. Schauen wir gleich mal dein Outfit an, Digga. Ohne Spaß, guck dir mal die Maske an. Ohne Spaß, guck dir mal die Maske an. Ohne Spaß, guck dir mal die Maske an. Wenn jetzt ein Gegner kommt, Digga. Ohne Spaß. Warte, ich land jetzt hier erstmal. Ey, dein Ernst, Junge? Ohne die Schau. Hast du ihn gerade zerquetscht, oder was? Ich bin von oben gejumpt, Digga. Auf ihn drauf, Mann. Nein, 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 nein. Ey, so klein, blieb dich ab, doll. Philipp, ich komm dich abholen. Ich hol dich ab. Ja, warte, warte, warte. Ich hol dich jetzt ab, Bruder. Die letzte GTA 5-Phension fertig machen. Zu diesen Doomsday DLC, heißt. Ey, mach das Auto so, ne? Bist du rolling, oder was? Ja, Mann. Ich fahr dich doch gar nicht, Junge. Oh, ich hab dich als Rampen benutzt. Hör jetzt auf damit du Pissermann. Ich drehs wieder um. Neneeneeneene. Die DeLoreans. Digga, Brox lass Beyblade machen, alter. Beyblade, wuuu. Beyblade, let it rip. Digga, ich bin schon wieder viel zu krank hier. Ja, komm doch mal jetzt her. Ich bin doch schon hier. Digga, mein DeLorean dreht durch, Digga. Mein DeLorean dreht grad durch, ich kann nix machen. Mein DeLorean rastet aus. Mein DeLorean rastet aus, Philipp. Ey, hör mal auf, Junge. Mann, ey, hört jetzt auf. Okay, genug, jetzt reicht jetzt, Leute. Wir stellen uns jetzt alle mal zivilisiert auf, damit wir mal loslegen können. So. Ich sag mal so, ich freue mich, dass ihr eingeschafft habt. Nur weil du dich nicht mal in einer Reihe aufstellen kannst. So. Ja, Mann. Leute, heute wirds wieder richtig geil werden, Mann. Ich bin gehypt. 5000 Zuschauer jetzt schon am Start. Meine Freunde, lasst mir mal ein Like da, wenn euch diese Überfälle gefallen. Wenn euch die Livestreams von mir gefallen, Leute. Ich hoffe, euch gehts gut. Los, los, los. Wir legen auf jeden Fall gleich los. Ey, wir stecken jetzt hier ein bei mir. Wir stecken jetzt hier ein, welcher Paul Berger. Ey, wenn ich den ja schon wieder mit den Insurgents sehe, dann krieg ich das berechnet. Ja, Leute, komm, jetzt lass uns echt mal für unsere Zuschauer vernünftig aufstellen. Alter, hör auf. Für unsere Zuschauer jetzt. Ja, lass uns auch mal aufstellen. Komm, wir stellen uns hier bei dem... Ey, Leute, hört mir mal kurz zu. Wir gehen jetzt hier zu Philipps zu Hause, hier zu diesem Gay Club, okay? Genau. Hier bei diesem Kokathos, dieser Gay Club. Da stellen wir uns jetzt hin. Ey, was ist mit meinem Auto los? Sein DeLorean. Hä? Was geht mal dem hier ab? Sein DeLorean fern alleine. Was ist denn jetzt los? Stellt euch jetzt mal hin. Stellt euch jetzt einfach mal hin. Bleibt jetzt mal... Ja, der damage rastet schon wieder aus, dass das... Was ist das? Mit dem DeLorean. Stellt euch jetzt mal hier hin. Ich weiß nicht, dass... Irgendwann ist aber... Der gar nicht. Der gar nicht. Philipp, du zeig mal deine Maske jetzt. Jetzt steh ich schon hier. Ja. Oh. Wie geil die aus. Hör doch mal jetzt auch rumzustellen. Ich finde, du siehst aus wie eine... Wie so eine Mücke. Ey, kloppt dir die Feffis raus, doch! Ja. Der. Also Leute, ihr könnt schon sehen, Standards Girl Brocks und DM-Cheeseen auch mit der Bull. So! Okay Leute, ich lasse mal hin. Ja komm, Digga, wir hauen jetzt ab in die Basis. Ey, geh aus mein DeLorean! Okay, dann geh ich in 9 DeLorean. Nein! Schauen wir den Basis! Komm! Leute! Die gehen hier. Komm mal. Ja, okay, okay. Ja, ok, ok. Oha! Ey, das ist einfach so. Alter, ich wurde in der Luft getroffen mit der... Wir müssen weg hier. Kommt, auf zu Philips Base. Auf zu Philips Base. Und wegfliegen, Leute. Komm, wir gehen jetzt zu Philips Base. Und dann starten wir hier mal die Spezialmission. Heute wird das U-Boot geklaut, Leute. Heute werden wir das alles fertig machen. Und wir werden das U-Boot klauen, Alter. So, jetzt geht's hier ab. Warum sind diese Leute von euch drin? Die killen uns. Nein, war random. So, Leute, der DeLorean ist so ein geiles Fahrzeug, ey. Ich fliege wie so ein Besoffener mit meinem DeLorean. Wir müssen uns natürlich auch wieder volllaufen lassen. So, ich gucke hier mal ganz kurz, wer hier der neue VIP ist im Game. Und zwar, herzlich willkommen, Gilsgut04. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen in der VIP-Harmie. Also, wir haben noch ein paar Missionen, glaube ich, vor uns. Wir haben gestern zwei Missionen abgeschlossen. Zwei komplett mit Vorbereitung und dem Ende. Und deswegen zwei. Oder drei. Ne, drei sogar. Ach du Scheiße. Heute werden wir das auf jeden Fall ein bisschen schneller schaffen, Leute. Und heute werden wir das Ganze auch fertig machen. Ich glaube, drei Missionen haben wir jetzt noch vor uns. Und ich hoffe, die Missionen sind alle wieder so cool wie die, wo wir gestern eben gemacht haben. Ne, ich hoffe, die sind richtig scheiße. Ich hoffe eigentlich auch, dass sie scheiße sind, ja. Ja, Leute. Heute zwei bis drei Vorbereitungsmissionen. Und dann die Final Mission, Alter. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie groß das U-Boot ist, ne. Ob man es noch irgendwie finden kann. Oder das U-Boot-Missionen können wir mit U-Boot fahren. Du musst uns erst wieder in deine Organisation einladen, ne. Nicht vergessen. Ja, machen. Genau. Leute, man kann einfach übers Wasser damit fetzen. Wie geil. Ja, ja, ich fetze gerade übers Wasser. Ja, ja, klar. Der heißt aber SC1 oder so. Oder nee, Stromberg oder so. Kann man den kaufen. Ja, ja, das ist dieser Stromberg. Damit kannst du tauchen. Den brauchen wir für diese Wassermission. Nein. 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 Und das soll? Mir wurde gesagt, dass es ein Geheimnis ist. DeLorean ist kaputt. Aber Markus, rastet aus mit 10 Euro. Kannst du mich grüßen? Natürlich, Digga. Dankeschön für die Dornation. Und Gruß geht raus an Markus. Kannst du mich grüßen? Boah. Was hat er gerade zweimal rausgehauen oder was? Ich weiß nicht, ob es jetzt zweimal ist. Aber nochmal vielen Dank. Kannst du mich grüßen? Vielleicht hast du es gerade zweimal rausgehauen aus Versehen? Oder war das gerade mit Absicht? Auf jeden Fall. Gruß geht raus an dich, Markus. Und warum habe ich jetzt mein DeLorean kaputt gemacht? Ey. Ey. Mein schöner DeLorean. Danke, Digga. Danke für den Support, Bro, Alter. Danke. Du bist voll am Saufen. Digga, hast du mich jetzt mal eingeladen? Ich bin auch im Black Screen. Ich bin auch im Black Screen. Ich bin nicht im Black Screen. Ja, ich auch. Ich habe mein DeLorean kaputt gemacht. Jetzt. Mein Fahrstuhl ist hängen geblieben. Meine auch, Digga. So, ich wünsche mir mal an DeLorean. Ja, nur weil eure Fahrstühle so arm sind, Alter. Hier ist meine Basis. Die Maske sieht schon echt sick aus, ey. Krass. Okay, lad halt zu VIP ein. So, meine Freunde. Ich habe gerade gesehen, mein Desktop-Sound war noch ein bisschen leiser. Also, ich glaube, die anderen waren ein bisschen leiser bei euch. Aber waren die euch zu leiser oder war das gut so? Weil ich habe es jetzt noch mal ein bisschen lauter gemacht, so wie es eigentlich sonst immer ist. Aber ja. Nein, ich komme ja nicht raus. Nicht? Ihr habt Trinkverbot bei mir. Oh, Mann. Ihr habt Tanzverbot und Trinkverbot herrscht hier in der Hunde. Digga, was will der Typ im Chat, Alter? Will der Stress anfangen? Was ist los, du Hund? Was ist los, du Hund? Hä? Warum seid ihr noch bei mir? Warte mal. Du musst mich erst mal einladen in dein Ding, ne? Ah, ne, hast du. In die Basis. Ja, gut. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wie wird mein VIP? Link in der Videobeschreibung. Hast du mich jetzt eingeladen, Digga? Ich habe mich eingeladen, ja. Aber in die Basis. Ja, ja, ich habe ja schon eine... Hä? Ich kann mich gerade nicht in die Dings einladen. Wie? Also, ich lade gerade in deine Basis, Philipp. Ja, das ist richtig. Kommt mal erstmal rein hier. Und dann gucken wir erstmal weiter. Okay? Ja. Ich grüße meine Mami. Dann gucken wir weiter. Hey. So. Warte mal. Bei vorhin musst du mich Lester erstmal anrufen. Warte mal. Ja, ja. Ich kann jetzt in den Planungsraum. Es lädt. Es lädt. Ihr seht gerade diese Rolle nicht unten rechts. Aber es lädt. Also ist kein Black Spring. Keine Sorge. Hat sich nicht aufgegangen. Datenleck. Oh. Belohnung. Nicht zugewiesen. Was Datenleck? Nicht bereit. Lol. Ja, wir sind im Bonkast. Geht doch wieder. Womit ich mich als CEO registrieren kann, Digga? Weil du zu dumm dafür bist. Keine Ahnung. Hast du ein Kopfgeld oder so? Oh nein. Ne, hat er nicht. Nicht zugewiesen. Warum kann ich mich über das Interaktionsminger nicht? Also ich kann, ich bin jetzt der CEO bedingend. Nein, da steht einfach nichts. Basis vermeiden sich jetzt. Blablabla. Was habe ich gerade gemacht, Alter? Anfänger. Oh Proxy, ich bin noch in der richtigen Lübi. Was? Warum? Ey, Philipp, Philipp, ladst du mich nochmal in deine Base ein? Philipp, lad mich nochmal kurz in deine Base. Du warst einfach nur doof. Lad mich nochmal in deine Base ein. Warte, bin ich jetzt, bin ich jetzt bei dir direkt drin? Ja, schön, aber. Lass mich nochmal in deine Base ein. Ja, war wie gut, ich hab' ein. Sag, jetzt ist es mit der Organisation an. Ja. Warte, ich guck mir jetzt mal wieder hier. Ich guck jetzt erstmal durchs Fernrohr. Ich seh da Philipps fette Mutter am Himmel. Oh, 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 oh. Das Zeppelin da vorne. Ja, ja. Ich will schnell noch einen wegsprengen. Ich muss schnell noch in die, in die Kommando-Zentrale. Richtig hier, under the dome, Digga. So, jetzt musst du mich noch in deine Basis einladen. Lad mich jetzt in deine Basis ein. Du hast Basis verbaut, du Horn. Keine Ahnung, was verbaut. Du hast dich nicht gewaschen, du stinkst meine ganze Basis. Digga, heißt ich Weißstudio oder was? So, wem soll ich abschießen? Sag mal, Digga. Wer hat mal geschrieben, irgendeine Fall hat? Oh, jetzt lad mich doch mal in deine Base schnell ein. Mann, ich raste hier aus, Leute. Ich raste hier schon wieder aus. Das war Pisswasser nachkaufen. Ah, überleg, welchen ich abschieße. Der hier, der hat seine Mutter gegrüßt. Okay. So, der wird jetzt einmal abgeknallt. Gleich geht's los, Leute, mit der ersten Mission. Philipp muss mich nur einfach mal einladen. Digga, was geht denn jetzt ab, Mann, hier? Alex, du altes Haus. Alex, rastet aus 15 Euro, Mann. Dankeschön, Mann. Richtig nett, vielen Dank. Und, ähm, Alex. Danke. So, korrekt von dir auf jeden Fall. Und, was? Da ist es jetzt gerade auch noch. Ich bin gerade überfordert, Leute. Schau dich mal die Garage an. Was ist, was sind das für Fahrzeuge? Das ist diese grüne Gurke, ne? Das sieht aus wie so eine Gurke, das Auto. Keine Ahnung. So. Warte mal, wer ist denn da gerade neuer VIP geworden? Oh, Philipp hat mich in die Basis eingeladen. Die Einladung nehmen wir erstmal schnell an, damit es schon mal laden kann, weil es lädt immer ziemlich lange her. So. Bleibt das jetzt? Alter, der Alex, der rastet ja hier richtig aus. Alex, richtiger Ehrenmann, Alter. So, und DeboLP ist ein neuer VIP. Herzlich willkommen in der VIP-Army DeboLP. So. Gut, Leute. Jetzt kann es ja aber losgehen, Leute. Ich merke schon, ihr rastet gerade schon richtig aus, ey, wenn das gleich richtig losgeht. Heute ist wieder ein Eskalations-Stream, Leute. Ich merke das schon. Ich merke, ey, das... Ich wollte... Leute, ich würde gerade richtig gerne Helium ziehen, aber meine Heliumflasche ist leer. Ich muss mir mal wieder neue Heliumflasche auf Amazon bestellen. Also, ich werde mir jetzt von euren Donations, Leute, bestelle ich mir heute noch ne, äh, Heliumflasche auf Amazon. Dann können wir bald wieder Action mit... Hi an Henry. Digger. Digger. Ah, fuck, ich muss Mission annehmen. Hä? Er hat gerade Boden zu Lava gemacht. Digger, bei mir war gerade Boden zu Lava. Sorry. Ist das schon die... Hä? Ich weiß das nicht. Raubüberfall. Jungs, wartet mal ganz kurz, bevor ihr... Wartet mal ganz kurz, bevor ihr startet. Hä? Und 5 Euro noch auf Blaze Nacken! Dankeschön, Blaze, man. Alter, Leute, was geht denn heute ab, man? Alter! Paul-Team-Sau-Stall! 16 Euro! Gibt es eine Gang von dir, wo man beitreten kann? Äh, ne Gang von mir, wo man beitreten kann? Also, ne Crew oder so meinst du? Ähm, hab ich gerade nicht den Sau-Stall. Aber vielen Dank für die Donation, Mann! Ey, ich... Leute, ich drehe hier durch. Ich drehe hier wirklich durch. Äh, Jungs, können wir mal ganz kurz warten, bevor ich starten? Äh, eine Sekunde bei mir ist gerade... Warte mal. Ey, Leute, ich bin gerade komplett überfordert, Mann. Was geht denn jetzt ab, Alter? So, ich muss jetzt das Ganze erstmal kurz hier verarbeiten. Also, Moritz, macht erstmal den Bund zu dauer mit 25 Euro. Vielen, vielen Dank dafür, richtig krass. Und Thai an Henry. Also, Gruß geht raus an Henry und an Moritz. Blaze, jo, was geht? Ähm, Alex, bester YouTuber ever. Danke, kannst mich grüßen. Äh, ja, Markus, ne, hatten wir schon. Und gibt es eine Gang, genau, von Paul-Team-Sau-Stall. So, jetzt hab ich den Namen richtig ausgerufen. Hier kommt der Money. Digga. Leute, ich muss hier auch noch streamen, Alter. Ich muss hier auch noch streamen. 5 Euro von Sarni 05 schnacken, Alter. Vielen Dank dafür. Hi, kann ich mal mit dir zocken? Okay, ich bin da. Ja, oha, Digga. Ich bin da, Leute. Boah, das sieht richtig krass aus. Hey, was geht denn jetzt ab? Alter. Jeder 25. Oh. Also, nochmal, äh, Sarni. Dankeschön für die Donation mit mir zocken. Wie hast du irgendwie... Ich lese später nochmal alles vor. LP mit Oli, 2 Euro, mach weiter. So, Leute, wir machen es jetzt so. Ich bin gerade komplett überfordert. Ich muss hier jetzt zocken und die Donations verlesen. Leute, viel zu arg hier schon wieder. Ich würde sagen, wir zocken jetzt erstmal und ich lese alle Donations. Gibt es später nochmal genau durch, falls ich was vergessen habe. Ich glaube, Sarni wollte irgendwie mit mir zocken. Ich spiele auf PC. Ich hoffe, du auch. Okay, was geht hier jetzt ab, Leute? Also, begebt euch zur IAA-Basis und bringt dort ein. Kämpft euch durch die Gegner. Verhindert, äh, IAA-Sarerat. Lasst euch mit befreundeten Aktien. Moritz rast schon wieder aus, Alter. Der Boden ist Lava, Leute. Bist der Beste. Alter. Alter, Moritz, ey. Ich brauche Geld, ich habe gar nichts. Moritz, Junge. Wirklich schätze, Digga? Ich habe irgendwie 16 Millionen, glaube ich. Ich will Prozente. Ich glaube, ich habe kaum was kaufen. Stimmt, die Farbe jetzt funktioniert. Alter, Moritz, vielen Dank für die Donation, Mann. Korrekt, ey, also ich... Filo macht Punz und Lava 20 Euro. Was geht ab, Alter? Filo, yo. Filo, Alter, Bruder. Was geht ab? Leute, ist das hier gerade ein Donation-Train oder was? Alter, was geht ab, Mann? Gruß geht raus an Filo, danke. Alter. Jetzt fängt er heiß an. Bitte nicht sterben, Leute. Okay, jetzt Konzentration, Jungs. Was ist das jetzt für eine... Bitte nicht sterben. Nicht sterben. Weil wenn wir das ganze Ding kriegen, ohne zu sterben, Digga, dann kriegen wir 10 Millionen. Boah. Was bin ich jetzt für ein Team, sowas? Was muss ich hier machen? Du musst erst mal ein paar Hände machen, ansonsten klopfe ich die gleich die Fertil. Ich bin jetzt bereit, ja? Ja. Raubüberfall. Ey, das ist jetzt ein fetter Raubüberfall, Junge. Boah. Nee. Jungs. Wir besuchen jetzt deine fette Mutter. Ey, Digga, ich dreh hier grad durch, Junge. Ich dreh hier grad durch, Mann. Fünf Euro nochmal auf Markus Nacken. Bester YouTuber. Vielen Dank, Markus, Alter. Korrekt. Bester YouTuber. Ey, was, Jungs, was geht hier grad ab? Also wirklich vielen Dank für die ganzen Nations. Das ist unheimlich zu schätzen, Mann. Ich hol mir später Helium. Ich schwör auf alles. Ich kauf mir ganz ein Helium-Vorrat, ey. Dann sterbe ich irgendwann ein Helium oder so. Nee, auf jeden Fall. Danke, Mann. Aber jetzt müssen wir uns echt mal konzentrieren auf den Überfall. Gut. Also was nehmen wir für den Kleidungsstil, Jungs? Ich finde das mit Tej ganz cool mit diesem. Nerv mich nicht. Mit Tej. Ja. Nerv mich nicht oder er kloppt die Fett aus. Das ist irgendwie cool. Boah. Boah. Ben. Ja, das ist alle Ben Denny. Boah. Here comes the money. Boah. Boah. Aber das sind das alles Autos, die ich nicht habe? Nee, das sind alles meine Autos, oder? Ja. Oh Gott. Die ganzen Autos von mir. Fünf Euro nochmal auf Erdach und Snacken. Vielen Dank dafür, Mann. Dankeschön. Und ja, danke, dass du mir viel Spaß findest. Und ich muss die ganzen... Ich lese auch gleich die ganzen neuen VIPs vor, Jungs. Oder ich... Danke. Was nimmt man für ein Fahrzeug hier? Insurgent. Such dir eins aus. Ich glaube, ich nehme den Insurgent. Ich glaube, ich nehme den Insurgent, Mann. Ich glaube, ich nehme den Insurgent, Mann. Da, 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 da. Mach bereit. But right. Let's go. What's poppin', guys, Mann? Oh, shit. Oh, shit. Suiankak. Gefahr, Mann. Suiankak. Suiank. Na ja, wir... Dankeschön, Mann. Wir müssen starten jetzt. Fünf Euro auf Timmis Danken. Grüß bitte. Stand jetzt. Mach es. Dankeschön. Der bestimmt, dass jemand am Anfang Autos hat und stirbt, Digga. Ganz schön im Arsch. Ey, wir müssen... Also... Danke. Ey, äh, Standardskill und Proxy, soll ich von Timmy grüßen? Deine Musik. Wo ist denn los, Timmy? So, Jungs. Jetzt aber. Let's go. Sie hätten mal noch Panzer und so kaufen sollen. Oh, scheiße. Stimmt, das habe ich auch nicht gemacht. Oh, das... Oh, wie geil sieht denn meiner hier aus. Können wir nicht auf einem Dings jetzt ranfahren? Alter, der Überfall startet, Jungs. Ich drehe hier durch, Jungs. Digga, ich sehe auch durch. Digga, das ist jetzt, glaube ich, die erste richtig fette Mission hier. Ey. Fängt schon wieder gut an mit euch, Gini-Sider. Du bist doch in mich reingefahren. Ja, du bist doch in mich reingefahren. Einbruch, Brüder. Einbruch, Brüder. Wir sind die Einbruch, Brüder. Einbruch, Brüder. Oh, was ist denn, Idiot? Oh. Jetzt fahre ich mal an Insertion. Jetzt kann ich mich auch wegnatzen. Fahr weg. Fahr weg fest. Hoffentlich komme ich hier raus. Ja, nice. Oh, schade. Ey. Der lässt sich... Wieder keiner das dazu, ne? Der redet für die Karte. Der nervt voll mit seinem Scheißgelaber im Hintergrund, ey. Läster, halt mal deinen Schnauze, ey. Läster, du alte Schwester. Ich klopp dir nie verfies raus. Ich würde ja sagen zu Läster, ich klopp dich in den Rollstuhl, ey. Alter. Digga, du bist so ein Assi, ne? Philipp, der verprügelt auch Leute im Rollstuhl, ey. Das ist ein Assi. Kann ich ja nicht mehr. Das ist ja schon ein Rollstuhl. Abführung. Jungs, ey. Ich komme schon wieder nicht drauf klar. Aber das... Wo ist jetzt hier der Unterschied zu den Überfällen, die wir davor gemacht haben? Das ist jetzt richtig... Ach, das ist jetzt... Ach so. Alles war nur Vorbereitung davor. Ja, ja. Das sind jetzt... Ach, das sind jetzt... Oh, geil, Leute. Das sind richtig... Jetzt geht's ab, Alter. Jetzt geht's hier ab. Begib dich zur ERA. Warum redest du mal so, wenn du so angespannt tust? Digga, ich fick dein Leben, Alter. Das hat ja so... Ja, Leute. Ich muss hier schon wieder... Ich übernehme hier schon wieder. Ich bin hier... Ich bin schon wieder das volle Team hier. Ich bin, äh... Ich schaue aus Versehen auch gegen die Brust. Ich habe ganz vergessen, was man in den Searchen für eine geile Lackierung hatte, Alter. Ohne Spaß. Ich finde den Searchen zu overpowered. Guck mal, der ist schwer wie ein Nero, ne? Der ist schnell und ist so schwer wie... Komm doch mal, wie krass... Und wiegt so viel wie Philips Mutter, Alter. Okay, Windschatten vorbei, Digga. Der Nächster hat den Umfang von Brock seiner Mutter. 800 Meter. Ah, ey. Ey, hier vorne sind die Gegner. Ey, Leute, kommt doch mal. Ja, warum fährst du denn da rein? Wir fahren halt ganz cool, Digga. Ich überfahre... Ich überfahre die einfach. Oh, oh, die machen aber gut Schaden. Die machen... Achtung, das sind Militärs. Oha. So. Oha. Da sind nochmal Söldner, Digga. Schaltet die Gegner aus, schaltet die... Okay. Die machen richtig ernst. Digga, das sind ja Sondersöldner. Das sind Sonderschul-Söldner. So. Was macht der Geil? Ich schnapp sie alle mit meinem Searchen drum. Was? Die sterben wir gar nicht. So, Leute. Okay. Okay, jetzt geht's hier ab, Leute. Jetzt geht's hier ab. Ne, wir gehen ganz gechillt rein. Ich schwör, ich hab's so vermisst, ich muss wieder öfter streamen, Alter. Das ist jedes Mal so geil mit euch. Ich schwör auf alles, ey. So, let's go. Leute, stürmt die Scheiße, Mann. Oha. So, erstmal schön Waffen... Oha, die sind richtig gepanzert, Jungs. Pass auf, ne? Digga, ich schnatz die hier alle um. Macht Platz. Ihr müsst Headshots-Verteilen, Jungs. Ey, wann gibt doch mal Headshots, Digga. Bist du der Einzige, der Kills macht, oder was? Leute. Ja, wahrscheinlich. Bist du der Einzige, der Kills macht, oder? Alter, warum müssen wir denn jetzt eine Base stürmen? Ich dachte, nur wir haben Bases. Wir müssen hier darten. Kämpfe dich durch die A-Basis. Wir klauen hier, wir klauen wieder Bitcoins, Jungs. Wir müssen... Ja, Mann. Müssen wir hier runterspringen? Achtung, oh mein Gott! Oh mein Gott. Wir haben einen Challenge gemacht. Ey, es ist dein fucking Ernst, Junge. Challenge im Arsch, Digga. Erst Mission für fünf Minuten. Danke, Digga. Zehn Millionen, rest in peace. Ja, danke dafür, Al-Blali, Digga. Alle mal bitte jetzt... Ich schwöre auf alles. Die waren auf der Minimap nicht angezeigt. Und auf einmal stehen da fünf Leute vor mir. Warum rennst du einfach vor? Ich kapier's nicht. Zehn Millionen, weg. Sorry, Leute. Ich hab nicht an die zehn Millionen gedacht, Mann. Sorry. Ja. Ey, laber doch nicht so ein Kinn. Ey, tut mir leid, Mann. Wir sind jetzt auf. Wir sind ja Team Bitcoin. Jetzt kannst du mir das Schrank haben. Rowlimann, dank für die zwei Euro. Der kostet mir mal vorgelesen. Die Millionen sind, glaub ich, fast 100 Euro oder so. Vollkommen. Oha. Ey, ich hab immer so ne Scheißwaffe am Anfang erstmal in der Hand. Ey, das gibt's doch gar nicht. So. Da kannst du auswählen. Ey, Mig ist nicht mehr da, Digga. Moin. 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 Wie viel halten die denn aus? Der schluckt ein komplettes Magazin, das Stück Scheiße da hin. Ja, ja. Wir müssen danach auf jeden Fall uns im Panzer runter holen, ne? So, ja, ja, ja. Hä? Bin mich angeschossen. Ey. All vorne, Digga. Der kleine Strich, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, Leute. Please remain in the safe zone. Ey, was? Wer ist gestorben? Lol, Digga. Gib one shot, Alter. Hauptsache grad eben voll über mich aufregen. Ja, wir haben's doch eh schon verkackt, Digga. Ja, jetzt, jetzt. Es geht wieder los. Okay, Leute, jetzt aber wirklich Proveal. Jetzt schaffen wir es. Immer langsam machen. Immer ganz gechillt bleiben, okay? Immer ganz gechillt bleiben. Ich hab voll das scheiß Ding, Alter. Ich hab so ein Kreuz, Alter. Ich will wieder den Punkt haben. Ey, der Kreuz ist besser als Punkt, Alter. Ich bin Kreuz, aber das haben wir geschafft. Kreuz ist besser, ja. Ja, ich find Punkt geil. Ja, ist geschmackt. So, jetzt hier war durch hier, Leute. Komm, sorry für die Umstände. Guck mal, ob ich das einstellen kann hier. Also, glaub ich, nur im Singleplayer, oder? Weiß nicht. Let's go. Okay, jetzt immer langsam machen, Jungs. Langsam. Ne, das kann man jetzt auch on-the-Modus machen. Ah, okay. Pass auf, pass auf. Ja. Boah, was ist das für eine Baba-Position hier? Ja. Ey, das scheiß. Präzisionsführer ist richtig, hab ich richtig verkackt, Digga. Ich bin da so scheiß, wie sie raufgeballert hat. Ja, ja. Das ist ein bisschen ärgerlich. Achtung, pass auf, da hinten um die Ecke sind da nochmal richtig viele. Die haben mich vorhin umgenatzt. Okay. Alter, der eine schluckt dann richtig viel. Das schluckt ihn gar nicht. Digga, der eine ist Gottmode. Das lag einfach nur. Sniped jetzt alle weg, Digga. Das ist mir scheißegal. Okay, ich warte, warte, Jungs, bevor ihr weiter vorpuschtet. Ich werfe erstmal eine Granate hinten rein. Genau da. Woo! Granate! Schluckt meine Granaten! Okay, jetzt vorpuschen. Let's go! So muss das sein, Leute. Immer schön taktisch vorgehen. Okay, warte, ich werfe wieder Granaten. Achtung, pass auf, da liegt Granate. Okay, wir können uns, glaube ich, eh nicht verwunden. Oh, das ist richtig viele, Alter. Rüben, drüben, drüben. Let's go, let's go. Wir müssen hier über die Dings. Oh, hier rechts, hier rechts. Und die machen die Tür auf. Oh, Digga. Holt euch die alle. Oh, Digga, von rechts. Oh, Digga. Digga, die sind richtig asozial, ne? Ja, das ist voll schwer. Ja, ist ja auch auf schwer gestellt. Egal. Achtung, da ist einer. Ja, das tut mir leid, Digga. Er kommt direkt danach raus. Er ist nach unten gefangen. Achtung, sind da unten Leute? Sind da welche? Dann geben wir die Deckung. Okay, komm. Ja, lass los. Vorpushen. Leute, guck mal unten links, dann kriegt ihr ein Leben, glaube ich, wieder. Und bin ich blöd. Ich habe ein Leben bekommen. Okay, hier lang, hier lang. Ja, das ist ein Minipick angesichtsreich. Achtung, hier ist jemand. Hier ist jemand unter uns. Okay, gut, gut. Nimm schon einen Schrot am besten. Boah, voll nice, Digga. Ich fühle mich wie so eine Taliban-Wander. Oder ist das? Taliban-Wander. Wir sind die Taliban früher. Digga, das gibt's nicht. Hä? Ey, seid ihr schlecht, oder was? Boah, Digga, das gibt's jetzt nicht. Was redest du bei dir vor? Digga, wie hat der mich geholt, Digga? Es geht wieder los. Digga, das gibt's nicht. Es geht wieder los. Wir waren, ich glaube, wir wurden wieder zu... Nee, ist auch nicht das Knall. Wir wurden wieder zu schnell. Lass doch einfach recht. Wenn wir so bis zum Finale spielen, Digga, dann sind wir bis morgen. Bis morgen, glaube ich. Okay, komm, let's go. Let's do this, man. Ich bin die scheiße, ich dir nur 100.000, Digga. Mann, komm, jetzt keiner stirbt mehr. Mach lieber langsam, statt auf Kills zu gehören, Alter. Kills bringen uns nicht weiter. Einfach als Team durchstehen, komm. Let's go. So, ich stell wieder um. Achtung. Digga, die rennt. Das hat gar keinen Sinn, Digga. Weil die scheiße Gänge so eng sind, Digga. Fuck mich richtig ab, Alter. Warning. Komm, 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 let's push this, man. Ich nehme einfach mal ein 5. Ja, ich nehme einfach ein 5. Dankeschön. Ja, MG ist wirklich gut, Digga, dasse ich auch nicht. Scheiß auf Präz, Digga. einfach alles weg rotzen kommen okay pass auf pass auf schwer ich werfe erst granaten rein chill 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 macht langsam macht langsam gut okay kommen jetzt weg pushen weg pushen achtung über den gang rechts kommen welche ja links ist noch einer die sky diga sturm empfiehre ich geil ich schieße jetzt alle hier mit dem weg ist mir scheiß egal aber langsam immer schön langsamer ja pass auf links von deiner oh mein gott links hat sehr gut sehr gut gut vorne ja von vorn ok ok kommt weiter das noch einer erlebt noch wir dürfen uns nicht gegenseitig zu blockieren also immer das jetzt nichts wird ja achtung da kommt direkt auf ok batwarte warte bevor er ein auf bevor er ein auf bevor er einläuft und zack granaten rein granaten rein kann hat meinen erst alles wegbomben kommen let's go let's go Achtung, der kommt gleich wieder, der kommt gleich wieder, glaube ich. Nein, nein, der ist tot. Ja, pass auf, die haben hier Shotguns, ne? In den Gang, in den Ding hier rein, in den Ding, macht langsam. Hier rechts noch einer, hier rechts am Fenster. Boah, die haben Sturmschrott finden, ne? Oder wer schießt die mit rum? Achtung, von vorne, von vorne, 12 Uhr. Okay, ist down. Ist down, ist down, ist down, ist down. Wir haben hier Geiser, glaube ich. Okay, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Bist du mal befreien, oder? Weiß nicht, langsam, 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 jetzt. Mitarbeiter. Wir aufpassen jetzt. Wo denn? Oben, oder? Warte, wo sind die? Hier, hier, hier runter, hier runter. Ey, wir müssen noch hier runter. Ey, da vorne sind so viele, jetzt chill, chill, chill. Hier vorne sind richtig viele. Erst mal rein, tube, erst mal rein, tube. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weiter nach vorne. Okay, komm. Jetzt, 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 jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Jetzt rein, tube. Komm. Jetzt geht's hier ab, Mann. Piu, piu, piu. Richtiger Dingshagel hier. Die links, glaube ich. Kugelhagel. Noch einer dahinter? Die freuen sich richtig, die kleinen Pisser. Okay, okay, komm, nice, Leute, nice, so muss das sein. Hinter uns, komm jetzt noch welche. Ich glaube, wir müssen, müssen wir hier was machen, lecker. Lauf mal weiter vor, lauf weiter vor, lauf weiter vor. Hinter uns, einer, da. Die kommen jetzt noch mal hinter uns. Ja, ich bin, ich, wir müssen zur Einsatzzentrale, die ist oben. Ja. Wir müssen hier nach oben, oder? Ja, ja, die Einsatzzentrale war ja oben gewesen. Immer zusammenbleiben. Achtung, da kommen welche. Immer zusammenbleiben. Warte mal, hier links, hier links. Ne. Wir müssen hier links, glaube ich. Irgendwie wieder hoch, hier irgendwie wieder hoch. Ja, wir mussten hier runter. Das wurde hier angezeigt. Jetzt nicht mehr sterben, digga. Das ist nicht unnötiges Vorlaufen. Hier müssen wir hin. Leute, ich schwör, irgendwas kommt hier eh noch dummes auf uns zu. Okay, let's go, let's go. Komm, Leute, was ist hier los? Was ist hier los, Mann? Das ist doch das Orbital-Ding. Soll ich? Ich glaube schon. Ich habe auch A gedrückt. Achso. Uuuuh. Uuuuh. Bababababababababab. Ja, man. Dürft alles wegfetzen hier. Bababababab. Boah, wir müssen die Base beschützen. Okay, ich verstehe. Alles wegnatzen, was hier kommt. Flugzeuge auch, ja. Helis, ja. Boah, ich habe keine Ahnung, was das für Kanonen sind, Alter. Lega, was ist das denn hier für eine kankische? Lega, das ist echt kranke Scheiße, ey. Die Basis, ihr seht unten rechts das Basis. Ok, nice, 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 let's go, let's go Ich hab kein Geschick, ey Ich glaub, wir haben's geschafft Kommt locker noch eine Wende Schalt dich, die einem den Gegner aus, die hauen da dich ab Das war einfach Das Ende war jetzt Dem Ende hier trau ich nicht, da muss noch was kommen Das sind unsere Kumpels Da nehmen wir die Arme hoch, Decker So muss das laufen, Alter So muss das laufen Alter, Leute, komm, was geht ab, Mann Wir machen jetzt hier mal ein bisschen Stimmung 9000 Live-Show, wir haben gerade erst angefangen Hier, der Niklas-Team verbrennt nochmal 2 Euro Vielen Dank, Tafi, und ich würde sagen, wir machen darauf jetzt Einen Hashtag-Like, ihr wisst, was bedeutet Hashtag-Like-Bets in den Chats 3, 2, 1, meine Freunde Jetzt geht's hier wieder ab Icranix ist back, jetzt wird wieder gestreamt Und jetzt wird wieder rasiert, Leute, Alter Let's go Oh, immer hat die Sklaber, ne Ja, ich jetzt auch trotzdem wissen Ja, der kann eh nicht überspringen Wer ist denn das, Digger? Keine Ahnung Sein Hemd zieht richtig hetero aus Seine Kette, Digger Immer die Russen, Digger Ich finde es unfair, dass die Russen immer schuld sind Danke für den Like-Hype, Leute Icranixami, ihr wisst Bescheid, man That's Icranixami Ihr wisst Bescheid, Jungs Dankeschön Boah, wenn's jetzt so mit Action weitergeht, ne, wär's so geil Komm, let's go An's Wurst Man hat doch noch zu sappeln, Alter Ey, schnauze, ey Püsst dich jetzt aus meiner Börse Oh, go, fuck yourself No, not you Leute, was steht denn da für ein Sportwagen, Herr Blauer Oh, das stimmt sein Sportwagen Alle Leute, D.A.Cramixami rast grad komplett aus 5000 Likes, easy Grad einfach, bam, rasiert, Leute So muss sein Nice, der erste Akt Was, das war erst der erste Akt? Die Daten-Lex-Situation Wow, der Boss ist Platin Ach, versteh ich jetzt nicht, warum der Platin ist, aber okay Wir hätten, okay, ich hab 44000 bekommen Das gibt richtig gut Kohle eigentlich, ne? Ja, 41000 bekommen Aber gut, du musst auch die Zeit zählen, die wir davor bei den Für die Vorbereitungsmission gemacht haben, ne? Ich glaub wir haben Ach stimmt Aber ich muss sogar 65000 zahlen Zum einfach Um die zu starten Yeah Woo Nice, Leute Das war der erste Akt Und es gibt, wie viele Akte gibt's eigentlich? Bestimmt 4 oder so, ne? Der erste Akt folgt so ganz schnell der zweite Akt Jetzt geht's direkt weiter mit der nächsten heftigen Mission, ihr Überfallsmission Jetzt nochmal so 3 von der Akt Aber, äh, was haben wir jetzt eigentlich genau geklaut? Weiß das jemand? Ja, bei ihr, die nicht zuhört Ich sag's euch nicht Ja, ja, also überhaupt Du weißt es selbst nicht Ich weiß es nicht Er hat mal ein Feierabendbier Jungs, komm wir gehen jetzt hier erstmal in die Kneipe Komm mal rein in die Kneipe, Jungs, wir gehen jetzt erstmal Nö Wie, ne? Ich geh jetzt hier erstmal ein Feierabendbier trinken Ich spiel jetzt Darts Wo kann man denn hier? Ich spiel jetzt Darts Jungs, wollt ihr grad ein Bier trinken? Ich spiel jetzt Darts Mit meinem Hammer die Bar kaputt Warst du es wieder? Gitter will nicht das noch Äh, 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 äh Los, komm noch jemand mit da, Digga Nee, ne schöne Start gegen dich machen Mit so Leuten, mit so Leuten, mit dir spielen Digga, warum machst du jetzt mein Kleines Stück Scheiße Ich spiel's alleine Warum machst du mein Ein Surgeon kaputt? Aber ich muss mal ein Darts Überleg's dir, Digga Ich spiel's alleine Darts Kau ab Digga, ich schieß's ab Digga, ich schau dir jetzt meine Axt in den Kopf, Mann Hä? Warum machst du den Job ohne Was? Digga, du bist Wer ist denn jetzt rausgegangen, Digga? Serious? Tja, Frogs Frogs, weil er meint Darts spielen zu müssen Ja, jetzt suchst du aus der Organisation raus Achso, warte, ich komm zurück Ah, fast Puls Ah, ich komm raus Boah Ey Ich bin hier Komm hier Ey Lass uns zuerst alle Darts kaufen Ja Was? Snacks und so Ja Das ist gut, das ist gut Dann geht's weiter direkt mit dem nächsten Akt, Leute Benutzt mal alle Spezialwaffe Welche Spezialwaffe denn? Stimmt, wir hätten ja noch Ah Ey Spezialwaffen, die getrunken Waffen Die getrunken, oder? Ich muss mir noch die neuen Waffen Ja So So Ich fahr jetzt erstmal zur Kommunation Ja, nimm Kannst, kannst du mich mitnehmen, Digga? Nee, ich bin Polizei Ja Ich bin, ich hab auch Polizei Ich kann Polizei darf leider keine Zivilisten mitnehmen Tut mir leid Komm mit, komm rein hier Hast du Sterne? Nee Aber, aber du hast Sterne, ne? Nein, nicht mehr Gott, ich bin hier noch in scheiß Lades Nur, weil ich Darts spielen wollte, Mann Ja Wie kann man so doof sein? Dart macht voll keinen Spaß, eh Serie A Ey, Ron hat mich grad zu irgendwas eingeladen Ist das, hat das was mit diesen Überfällen hier grad zu tun? Hat er auch nicht, ne Ich glaub Ron mag dich einfach nur Ja, ich glaub auch, dass Ron nicht mag Der möchte Schönen guten Tag, Kor So Digga, wie fährst denn du zu dem Ammonation, Alter? Ich weiß auch nicht Oh, ich bin hier noch im Lades Ich bin nur wegen scheiß Darts Digga, es ist auch so wie ein Polizeieinsatz davor, ne? Hahaha Hallo, Herr Ammonation, Mann Gibt's doch nicht Kann ich dir was zeigen? Hallo Das gäb's nicht alles Ach so, Digga, ich hab nur 10 Plä.. Lol, ist egal Snacks Snacks kann man sich hier aber nicht kaufen, oder? So, ich nehm jetzt hier einen Polizeiwagen Und hau ab damit Das ist meiner Achso, ne Tschüss 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 Polizeieinsatz Ey, ich bin seit Blüter da Ey, ich bin seit Blüter da Ey, ich bin seit Blüter da Leute, abonnieren, falls ihr neue Zuschauer auf meinem Kanal seid, helft mir die eine Million Abonnenten, mag ich zu knacken So 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 Kleiner Bastard Kleiner Bastard Blondet das Hunter Ja, natürlich terrorisiere ich Lebst mal richtig unter dem Stein JZ, Alter Hahahaha 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 So Fick mal eben nur recht da Das müssen wir aber klar sein Ja, aber muss ich hier an der Lobby, um da zu spielen Ach ja, Leute, noch kleine Info, ne Die ganzen E-Mails an die Gewinner sind übrigens rausgegangen, ne Also wenn ihr das gewonnen habt, dann müsstet ihr eine E-Mail bekommen haben Wenn nicht, dann hat es leider nicht geklappt Aber auf jeden Fall, die ganzen Mails sind raus Wir haben hier auf Instagram folgt, Leute, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram Der bekommt sowas auch immer mit, also da hab ich das auch vorhin schon gepostet, ne Haben insgesamt knapp 30.000 Leute teilgenommen und das ist wirklich schon verdammt krass, Leute Aber, ja, ne Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall viel Erfolg, falls ihr eure E-Mail noch nicht gecheckt habt Dann solltet ihr das auf jeden Fall mal tun, Leute, nach dem Livestream Nach dem Livestream nicht jetzt So Und ich will jetzt hier auch mal direkt weitermachen, ey Was, was ist denn los mit den anderen? Ey, Jungs, lass mal direkt weitermachen jetzt, bitte Ja, ich steu mit euren E-Mail Kann ja gar nicht fahren, der Typ Und Stefan Moodorf, herzlich willkommen in der VIP-Armee Was geht ab, Bruder? So, herzlich willkommen Ich hab jetzt die neue Mission bekommen von Lester, weil es dauert ja auch mal kurz bis hier Sehr gut Das will ich noch einbauen Hamdolillah Fahr mal an die Stadt, Digga, äh, fahr mich zur Basis, weil ich muss noch Dings holen Hamdolillah Äh, kurz gucken, wo die ist Ja Dieses, äh, die Capture Card mit 4K Beziehungsweise Ich kaufe jetzt erstmal noch schnell Snacks Und das ist schon fast alles vor Weil ich krieg halt auch im März ein neues Internet Wie? Wir sollen ein heftiges Geschenk kriegen, oder was? Irgendwas, irgendwas in der Geheimkiste mit irgendwas krasses drinnen sollen wir kriegen zum Schluss Ach, stimmt, das mit dieser Geheimkiste hab ich auch schon gehört, die wir am Ende kriegen Da bin ich mal gespannt, Leute Wir kriegen zum Ende nach Hoffentlich ist da die Railgun drin Ey, Damage Alter, passt da durch, ey Damage Das ist ein Auto und kein Flugzeug Wo seid ihr denn jetzt? Leute, das ist DeLorean Das ist nur ein bisschen dick Äh, also ihr fahrt, ihr fahrt grad, ihr fahrt grad zur Basis Okay Sehr gut Dann geht's weiter mit dem Arc 2 Ich hab nicht andere, man Blondet Los Santos oder so Ja Weil wenn wir hier Musik anmachen, dann macht GEMA, äh, unschöne Dinge mit uns Ja, ich mach jetzt schön laut Musik hier an, dann geht ja Ja Doch Nur weil du auf Twitch-Typ Kannst du Lässt anrufen? Aha Polizeieinsatz Alle müssen nochmal zu links einladen Ich ruf mal an Ich ruf mal an Ich ruf mal an So, ja ruf du mal an, ich hatte grad eben schon Ah, siebte Sekunden Ah, halt mal bitte beim Laden an, dass du ein Specs kaufen kannst Ey, was fährt denn auf meine Spur? Ich weiß, dass ihr im Laden, äh, ach quatsch, fahr mich zu basic Ich krieg doch in der Base, es ist nächstes und sonstiger, stimmt doch Ja Das stimmt Ja Ja, Leute Kurz geht raus an alle VIPs, Leute An alle VIPs So Wieso kein Geld? Ich hab Geld, Leute Knapp 500 Millionen noch Also Wer auf jeden Fall Wer auf jeden Fall noch Geld in GTA 5 braucht, der sollte mal in der Videobeschreibung Streammodding auschecken Denn da gibt es Unlock All Accounts, Leute Könnt ihr euch ja mal noch Geld gönnen, falls ihr noch ein paar Sachen vom DLC kaufen wollt So auf jeden Fall Hundertprozentig vertrauenswürdiger Shop Und da werdet ihr auf jeden Fall nicht abgezogen wie bei irgendwelchen Modernen, wenn ihr versucht bei denen was zu kaufen Aber gut So Polizeieinsatz Komm mal zu euch hier Wie Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Ey, dieses Polizeiauto funkelt wie, keine Ahnung Ich muss mir meinen Energy holen, Digga Ich muss mir jetzt mal einen Energy holen, Digga Gönn dir einen Energy Pimmelberger ist da, wie wird man VIP? Ähm, ja erst, äh, zweiter, zweiter Link in der Videobeschreibung Ja, ey Leute Ich freu mich jetzt schon richtig auf den zweiten Akt, auf die zweite Mission Denn die erste war jetzt ja schon so Ey, das war so geil jetzt gerade schon Ich mein, Leute, viel mehr Action kann gar nicht sein Und ich glaube, äh, ich glaube es bei dem nächsten, auf jeden Fall eine von den nächsten Missionen muss das mit dem U-Boot sein, Leute Und ich will unbedingt dieses fette U-Boot sehen in GTA 5 Also da raste ich wirklich aus, wenn ich das U-Boot zähle Nein Oh Oh Ich weiß gar nichts Okay, ich komm rein Ich glaube, wie es aussieht, Alter Wenn wir mit dem Jetpack eingehen Kannst du mich auch einladen zu deinem Bunker? Okay, danke dafür Dann hole ich jetzt die Polizei Oh, mach doch Ja Ich hab, ich hab Polizei, ich hab all das Ja, moin Digga Okay, wir kommen in die Base Was geht, hallo? Ja, du musst einladen Hast du ihn eingeladen? Ne, hat er natürlich nicht Digga, wer macht denn hier erst gute Ware aus dem Kokainer-Ball drauf? Wer macht denn nur das, Alter? Die Ballzeit sind VIP, herzlich willkommen In der VIP-Armee So, er holt euch, er macht's next, alles Wie wärs, wenn du mich mal einlädst? Sheldon Surgeon Ich komm hier schon mit meiner Polizei Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ihr habt ja heute alle Alkoholverbot. Digga, kannst du mich jetzt mal einladen in deine Basis, Mann? Nein, hast du nicht. Provozier nicht. Digga. Das kann ja wohl nicht angehen hier. So. Jetzt geht's aber ab hier. Leute, die Bolzer neuer VIP. Habe ich den anderen VIP auch schon vorgelegt? Da muss ich gerade mal ganz kurz auschecken, Leute. Und zwar, doch, Stefan Mundorf habe ich schon ausgecheckt. Jetzt schreiben wir alle VIPs was jetzt in den Chat, okay? Jetzt mal Gruß an die VIPs, Leute. Und wir sehen in Philipp seinem hässlichen Bunker wieder. Das Geile ist, die... Oder Leute, alle VIPs machen jetzt mal diese VIP-Emojis. Das könnt ihr nur hier zum Beispiel dieses Like-Hype-Symbol gibt. Oder ich glaube noch irgendwie sowas mit mir. So irgendwie wo fresh oder so steht. Keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall jetzt mal Gruß an die VIPs. Und ich werde natürlich auch am Ende des Streams wieder ein paar Namen... Sagen wir wieder zehn Leute grüßen. Und ja, let's go. Ich bin wieder im Bunker. Okay, noch ein Bier. Aber was ist das letzte Bier? Oh, Mann, saufen. Noch ein Bier? Ich will auch ein Bier. Noch eins. Ich will auch ein Bier haben von der Sebelne. Lad mal ein. Siplele, du alte Zippe. Guck weg, wenn wir hier saufen, da. Hä? Ich muss erst mal hier hintergehen. So, der Bälle, ich will ein Bier. Ey, da ist ein anderes Bier. Ey, da ist jemand mit dem Motorrad. Alter, er klaut sich den Panzer unten auf dem Boden. Ey, das ist ein Pfandklauen, da. Äh, ich muss erst meine Maske ausziehen. Was soll ja meine rauchen, da? Eine Sekunde, ich muss noch mal den Kasten leer trinken. Will der Herr Stress oder was? Oh, mir geht es nicht so gut. Oh, Alter, der Wunder. Ey, die Bulle, der hat hier den Alkohol verwohnt. Oh, ich trink jetzt auch mal eine Bulle. Digga, das ist wieder der Assi-Bunker, ihr Leute. Das ist wieder der Assi-Bunker. Okay, ab zur nächsten Mission, Jungs. Ich muss auch noch mehr wegkippen, damit ich auch noch so... Das ist schon wieder viel zu asozial, ey. Wart mal ein, ich will auftrinken. Das Auflöhr ist gerade unheilig voll. Oh, lass mal schlafen, komm mal mit. Oh, scheiße, jetzt bin ich auch voll. Oh, scheiße, oh mein Gott. Fall ich ins Kummer, wenn ich alle weghaue? Wir müssen abfahren. Jetzt aber, bin ich jetzt im Koma? Oh, ich dachte schon, ich wäre ins Koma gefahren. Digga, bei mir ist die Sicht jetzt voll verwackelt, weil ich voll bin. Nein. Alter, die Sicht ist bei mir so verwackelt. Und zwar, herzlich willkommen, Enderboy in der VIP-Ami, Bruder. Ich hoffe, dir geht's gut. Und dann haben wir da noch herzlich willkommen an Mr. Zenzas. Alles neue VIPs, Leute, Alter. Er eskaliert ja heute komplett wieder. Freut mich. Ey, wie das aussieht, ne? Weil wir voll sind, Alter. Alter, aber mich nicht voll. Leute, jetzt geht's weiter mit der nächsten Mission, Leute. Nächster Raubüberfall. Axi, so, als würde das mal einen abseilen müssen, Alter. Nein. Boah, ich bin so voll, Alter. Leute, aber abonnieren, falls ihr neue Zuschauer seid. Doomsday-Szenario. Doomsday-Szenario. Der ist aus dem Haul geflogen. Der ist weiter. Digga, ich bin voll, Alter. Was ist das denn? Boah, das ist voll dumm jetzt die Anzicht, wenn man betrunken ist. Ist bei euch auch so verwackelt, ja, ne? Ja, ja. Digga, meiner sieht echt aus, als würde er da reinscheißen, gerade in den Sitz, ey. Das ist die U-Boot-Mission, Leute! Das ist die U-Boot-Mission! Lade doch mal ein! Das ist die U-Boot-Mission, ich drücke durch. Ich bin nicht nur einer CEO. Ja, das ist... Ich finde es auch scheiße, dass du Brocks nicht einlädst, Philipp. Alter! Leute, Leute! Ah! Morgen wieder arbeiten, oh! Ey, das ist einfach die fucking U-Boot-Mission, Leute! Bist du noch nicht die Fanale, aber weißt du, was ihr machen könnt? Was denn? Mich einladen! Ach, Philipp. Was macht der Digga, Colt, dass ich einladen bin? Kannst jetzt hier mal losgehen. Ich will mich jetzt mal einladen, ich bin manchmal im CEO. Für alle, für alle, die gerade neu einschalten, das Bild wackelt so, weil wir uns voll laufen lassen haben. Besser. Ich weiß nicht, ob ich einladen kann, dass ich ein paar hier einladen kann, die hier verraten sind. Ah ja, das ist der Wagen. Das ist der Wagen, mit dem man tauchen kann, ja. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt drehen wir hier völlig durch. Immer wenn ich eine Einladung bekomme, ich bin jetzt einer von euch. Ab geht's, sauven! Lester, geh aus dem Lichter aus! Ich kloppig dich weg hier! Einladen! Einbruch, Brüder! Einladen! Einladen! Ja, Philipp, ich bock hier gleich mal! Wir müssen jetzt wieder erstmal Vorbereitungsmissionen machen. Hast du mal ohne Seele gelockt, oder was? Ja, ich muss ein paar Budget hier nochmal für 95.000 hinblättern. Lord, jetzt haben wir wieder drei Vorbereitungsmissionen. Ach nee, oder? Echt? Ich wollte jetzt direkt schon auf den Mund klauen. Hallo. Ich bin wieder nüchtern, Leute. Bist du bei uns in der Organisation, Digga? Nein! Ja, ist nicht verfügbar, Digga. Ist die Crew-Serve nicht mehr raus, glaube ich. Alter, Leute, das ist... Ich kann nicht dich einladen, Digga. Das ist jetzt die Mutmission. Warum nicht? Ah, jetzt. Ja, weil du den scheiß Dart spielen musstest. Ey, war wegen dem scheiß Dart, Alter. Nimm jetzt an. Ja, hab ich. Ich muss jetzt wieder Vorbereitungsmissionen machen, Jungs. Muss ich nicht auch noch rein? Start jetzt mal die Vorbereitungsmissionen. Vorbereitungsmissionen, ich lade jetzt ein. So, Leute. Bis Platz 7 in Live-Trends. Was, nur 7, Alter? Was, nur 7? Was ist da mal los, Jungs? Ich glaube... Müssen wir die noch einladen, oder so? Digga, das ist ja jetzt schon fast eine Beleidigung. Das ist jetzt schon fast eine Beleidigung. Loll, ich bin schon draußen. Haut rein, ihr Pissar. Aufrüstungsmission. Aufrüstungsmission geht los. Ich will auch mit Jetpack fliegen. Und diesmal werden keine Jetpacks geklaut oder zerstört. Ja, meins ist leider kaputt. Haha. Ich will auch mit Jetpack fliegen. Ich soll jetzt auch mein Jetpack. Nicht überfahren. Philipp, mach mal die Augen zu, dann siehst du, was du bist. Ein schwarzer? Nein, schwarz. Come on, bro. Nee, nichts. Mein Jetpack. Wir müssen erstmal wieder unsere Maske aufziehen, Leute. Das geht ja gar nicht hier. Oh. Oh. Das finde ich jetzt ein bisschen diskriminierend, Leute. Mein Jetpack ist kaputt. Ich meine, ich meine ja, Platz. Nein. Platz 5 im Live-Trend. Jetzt wird es schon besser, ja? Digga, guck mal, ich bin Platz 1. Max von 1, 2, 3, 5, Digger. 1, 2, 3, 4. Das finde ich jetzt echt, ich meine, Platz 2 ist ja okay. Ich gönne dir ja Platz 1, Philipp. Ich gönne dir ja echt Platz 1. Platz 2 ist okay. Oder 3. Aber Platz 5? Leute, wir müssen hier mal ein bisschen die Aktivität steigern. Schreibt einfach mal irgendwas jetzt in den Chat, okay? Lasst mal ein Like da und schreibt noch was in den Chat. Alle, die nicht geliked haben, lassen jetzt auch noch ein Like da. So, das kann ja wohl nicht angehen, dass wir Platz 5 sind, Alter. Das ist ja schon richtig so Shots feiert, ey. Der Luxor. Einfach bei mir Crollity am ersten Status steht, genau? Ja, bei mir auch. Ich stehle den Polizei-Riot. Wir fahren nicht die Welle, Leute. Wo ist der Polizei-Riot? Ist der hier? Ach, da ist der. Hier bei uns. Ja, ich komm. Wo ist das mein DeLorean? Wir fliegen mit unserem Chat-Pack zum Einsatz. So, wohin verpissst du? Ich will nur mein DeLorean. Das, äh. Nein, ich hab drei Sterne. Die Ladezeiten länger geworden sind. Ja, aber ich glaube, dass nur bei diesen Überfällen, weißt du? Bei Banküberfällen ist das auch immer noch. Ich will nur mein DeLorean. Ich will nur mein DeLorean. Und rein. Beam. Stiehl den Polizei-Riot. Okay, ich sichere euch ab mit... Ich hab drei Sterne. Ja, ich auch. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Oha. Oh mein Gott, das... Bye, bye. Der Polizei-Riot ist dieser Einsatzwagen. Der Polizei-Riot ist dieser Einsatzwagen. Der macht er noch nicht nach oben, Digga. Der macht er fast gepasst. Wir sollen klauen, der macht erst mal kaputt. Merkt mal, wie du mir seid. Ich steig ein, ich steig ein. Okay, ich geb dir dann Support im Chat-Pack. Okay, okay. Ich fahr jetzt. Ich fahr jetzt. Buh. Scheiße. Okay, ich muss die Cops abschütten. Ich mach die alle kaputt in meinem Chat-Pack. Ach du Scheiße, Digga. Mich greif... Oh, Scheiße, der ist jeder auf der Karte. Ich hab drei Sterben. Nicht sterben, Philipp. Nicht sterben. Okay, ich geb dir Support im Riot. Let's go. Danke, Leute. Danke, Leute, dass ihr ein bisschen die Aktivität hier gepusht habt. Das ist der Crimex-Arme. Ihr wisst Bescheid, Mann. Hinter mir ist einer, der greift mit Jetpack an. Hinter mir ist einer, der greift mit Jetpack an. Wo bist du, wo bist du? Da ist er. Bist du auch mit Jetpack? Ah, das bin ich. Ja, ja, das bin ich, Bruder. Ich muss ja fahren, wie ich mich schütze von den Bullen. Nein, 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 ich schütte die gerade ab. Oh, warte, kommt einer. Ich muss hier rechts rein. Ich geb dir auch Deckung im Chat-Pack. Wo kommt einer? Ja, uh. Ich komm mit. Das Chat-Pack ist voll gut, um Air-Support zu geben. Nämlich schon. Okay, ich bin im Tunnel. Hier wird mich keiner finden. Musst du die Cops abhängen, oder was? Ja, genau. Gut, dann halten wir mal ein bisschen Abstand am besten, weil sonst locken wir die ja zu ihm. Ja. Jim, ich muss auch die Bullen jetzt loswerden hier. Ja, muss ich auch. Ja, ihr könnt einfach hochfliegen. Ja, und bei uns ist egal, wir müssen nicht die Cops abschütteln. Okay, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Okay, wir müssen jetzt... Ja, Leute, welcher Platz sind wir jetzt in Live-Trends? Hallo. Hallo. Wie krass habt ihr gepusht? So, kann ich jetzt auch mal nur die Bullen loswerden? Wie die Bullen loswerden? So, Leute. Let's go. Ah. Here comes the money. Oh. Here we go. Money toss. Here comes the money. 5 Euro auf Luft hier. 5, 5, 0, schnacken, Alter. Vielen Dank dafür. Du bist der, Bestie. Ey. Wer rammt mich hier? Ich mach's kaputt, Alter. Dankeschön. Komm her, Digga. Hallo. Hallo, Officer. Ich hab nichts gemacht. Nein, das ist nicht der Riot-Ding-Zoo. Nein. So. Fahr. Let's go. Fuck you. Immer noch Platz für... Egal, Leute. Scheiß drauf, Mann. Trends ist nicht alles. Haben Sie die Bullen noch hinter euch? Wir haben's versucht. Ich nicht. Wir haben's versucht, Leute. Ich fahr die Augen jetzt um, Digga. Boom. Ich spreng dir den Weg, Frau. Wie das einfach auszieht, wenn man hier so mit dem Chat-Pack so ein bisschen chillt. Schön durch die Luft. Lalalala. Oh. Was ist denn da? So ein Eis, Digga. Fahr weiter. Du Pau-Berge. Jetzt schreiben manche 1, manche 5. Ich glaube, es ist eher 5. Also, ich glaube nicht, dass wir jetzt auf 1 sind. Ah. Ampel. Wow. Okay, gut. Seid ihr schon bei der Base? Nein, noch nicht. Nee, ist sauer. Oh, das ist Gegner. Ich hab ihn weggesprengt. So, gut. Ja, dann gebe ich auch mal ein bisschen Air-Support, ne? Ich glaube, ich weg, Digga. Das Problem ist, jetzt haben wir jetzt ein globales Signal. Wollen wir uns jetzt andere Spieler auch kaputt machen? Ja, ja. Dann müssen wir aufpassen auf andere Spieler. Ah. Ich lenke die Brücke ein bisschen ab, hier. Okay, mach das. So. Hier ist ein anderer Spieler hinter dir. Ich komm. Oh nein, mein Jetpack ist irgendwie ein bisschen kaputt. Nice. Oh. Digga. Oh, der Jetpack ist richtig geil, ne? Yeah. Der Sonne auf mir, Digga. Jetzt gibt es Air-Support. Jetzt gibt es Air-Support. Stimmt, Digga. Warten da welche auf uns? Oh, da kommt einer mit dem Jetpack. Das bin ich, das bin ich, Bruder. Das bin ich. Ah, nee. Von rechts, von rechts, von rechts kommt einer. Er ist bei uns. Der ist ganz seit oben, glaube ich. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der ist ganz, ganz seit oben. Der fliegt aber weg. Der fliegt weg. Ich mach ihn kaputt, Digga. Ich schieße mit Raketen auf ihn. Achtung. Das war der Fußstil, ne? Fahr zur Basis. Wenn er eh weiter fliegt, dann lass den. Ich lebe den geländen Dota so ein bisschen. Was ist denn dein Jetpack los? Mein ist auch kaputt gegangen. Oh, mein ist auch schon richtig broke. 5 Euro auf Lenker-Stup-Stup-Stup-Snacken oder so. Lenk-Lenk-Kahn? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke gleich nochmal genau. Und ich habe auch gar nicht viel verstanden. Aber auf jeden Fall vielen Dank für deine Donation. Ich lese, wie gesagt, gleich mal in der Pause alles vor. Wenn wir kurz Pause haben. Oh, mein Jetpack geht gerade richtig am Arsch, ey. Das hat gar keinen Bock mehr zu fliegen. Komm. Halt noch ein bisschen durch, Jetpack. Halt durch. Halt durch. Jetpack. Okay, Jetpack hat wahrscheinlich gar keinen Bock mehr gehabt gerade. Egal. Wir haben es geschafft, den Riot zu holen. Erste Vorbereitungsmission abgeschlossen. Und Leute, das Geile ist jetzt einfach. Du bist Nummer 1. Ich bin echt Nummer 1, Leute. Ich bin echt Nummer 1. Ey, wenn das jetzt stimmt, Leute. Ihr seid so die krasseste Community. Ich schwöre auf alles. Ich frage, ob wir auf Platz 1 gehen können. Ihr rastet hier komplett aus. Ich schwöre, Leute. Community-Lauf. Ihr wisst Bescheid. So, warte mal ganz kurz. Leute, mir ist das völlig egal, welchen Platz ich in den Live-Trends bin. Mir ist das egal, ob Max 1. oder 2. ist oder ich 1. oder 2. Ja, ja. Ja, ja. Tja. Der Helm, der Helm. Mir ist das wurscht, Digga. Mir ist auch egal. Deswegen frage ich auch nicht, den Likes oder so, weil mir das egal ist, Leute. Ja, ja. Okay, lass mich mal in den Wings rein. Jo. Ja, steig aus. Aber ich habe ja gesagt, Digga. Ich hätte dir auch eins gegönnt. Okay, bin da. Okay. Fuck. Ich gehe jetzt rein. Wie stark können wir jetzt direkt die nächste... Das ist ja wieder so eine größere Mission. Digga, warum startet immer diese Aufnahme, Alter? Äh, lädst du dann einfach ein, oder? Oh, Junge, jetzt hör doch mal auf mich zu überfahren, du blöder Benner. Hör auf mich umzuhowern, Junge. Hä? Digga, du hast mich durch das Ding gedrückt. Du hast mich gerade durch diese, äh, durch diese Holzbrücke durchgedrückt. Ich war gerade unten drunter. Glitch, Glitch in the deck, Leute. Ja, moin. Glitch Easter. Glitch Easter. Bei mir steht immer noch Ausrüstungsmission abgeschlossen. Polizei Riot abgeliefert. Da passiert nichts. Ja, bist du Blackscreen? Ich habe gerade einen Blackscreen, ja. Ja, aber... That is normal. Ich habe schon mal was zu trinken. Jau, jau. Das ist normal, weil, ähm, Dingsbums, die Server irgendwie überlastet sind. Ich habe das schon den ganzen Tag gefühlt, dass hier Blackscreen ist unter Pro, Alter. Oh, happy day. Yeah. Schön mit dem Fahrstuhl runtergefahren. Er hat mal wieder ein Bierchen kippen auf den Erfolg. Okay, lass mal einfach durchkloppen hier. Ja, ja, einfach jetzt schnell, weil ich will jetzt echt mal zu dieser U-Boot-Mission kommen. Ich will die U-Boot-Mission zocken. Ja, Mann. Ey, warum startet immer diese Aufnahme? Ich raste hier aus. Guck mal, da ist eine Minigun for free, Alter. Die nehmen wir mit, Leute. Immer schön auf den Nacken. Auf den Nacken von Philips Bunker nehmen wir hier die. Die Überreste von letzter Nacht sind noch zu sehen. Ey, echt? Liegen da die Bierflaschen noch? Ja. Nein, die liegen vor vorhin da. Ja, moin, Alter. Vor vorhin da. So, Hanfret hier, Digga. Ja, hier haben wir uns letzte Nacht gegönnt, Leute, weil wir hatten ein bisschen Spaß. Wir müssen jetzt die Avenger-Vorbereitungsmission machen. Das ist ein bisschen was Größeres jetzt wieder. Ja. Aber ist auch immer noch Vorbereitungsmission, ne? Für das U-Boot jetzt. Äh, U-Boat sag ich schon. Für das U-Boot. Für das U-Boat. Kommt bestimmt auch noch. Ja, weil so wie ich GTA kenne auf jeden Fall, Leute. So locker. Okay, ich hab euch eingeladen, Jungs. Äh, jo. Die Avengers sind wieder da. Äh, Leute, kauft Munition und Panzerung voll hier. Ach, nee. Echt? Seid doch froh, dass ich so ein Ant... Nee, nicht Ant... Das Gegenteil von einem Anti-Mate bin und euch das sage. Weil sonst geht ihr wieder in die Mission rein und dann so... Oh, ich hab gar keine Snacks und so gekauft. Und dann hätte ich gesagt, ich hab's euch gesagt. Und dann stirbt Magda als Erster. Ah, Text, Text, das geht. Von dir, Digga. Nochmal zwei Euro von Lenkartstube und... Ja, Lenkartstube, sorry. Da ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Dankeschön. Das Phantom. Was nehmen wir an? Für ein Outfit. Ich glaub, getarnt ist cool. Der Insurgent Boy, Alter. Warum hab ich eigentlich kein... Ich weiß gar nicht, was ich mir hin soll. Warum ich kein... Ich hab kein Insurgent, Alter. Du bist zu arm für den Insurgent. Ja, Digga. Hast du nicht gut investiert? Ist das GTA 6? Ja, das ist GTA 6, Leute. Brandneu. Nur auf... Nur auf... Nur auf unseren... Nur auf unseren Kanälen. Gell, Philipp? Das ist GTA 6, ja. Das sind exklusive GTA 6-Tester. Exklusive haben wir bekommen. Natürlich nur Spaß, Leute. Boah. Ich find geil, dass die Mission jetzt mal so ein bisschen länger... Also, dass man da wirklich ein bisschen länger zocken muss. Ja. Ja, find ich auch gut, dass die Motivation nicht so schnell weg ist wieder. Boah. Ich hab mir das geilste Auto bestellt hier. Spectre Custom. Ich hab mir ein Auto von The Rock, Alter. Was hast du dein Auto? Hast du von was? Das ist The Rocks Auto, Digga. Was fahrst du mit dir? Achso. Oh. Digga, es geht schon wieder los. Der erste fällt ins Wasser. Eine, eine, keine Ahnung was. Kann kein Auto fahren. Alter, wir müssen das Willen abholen. Dein Motherfucking Ernst, Alter. Ja, Digga, du hast doch gesehen, dass ich hier mit dem Panzer ankomme. Ja, ich... Einsteigen. Einsteigen. Und Max haut lieber ab, Digga. Ja, ich hab gar keinen Bock, mit eurem Insurgent Kontakt zu bekommen, Alter. Ja, hol du ihn ab. Steig ein. Ich glaube, ich muss mir auch einen Insurgent holen, Alter. Ja. Boah. Sogar... Oh, fast. Fast gelandet. Der ballert da schon wieder rüber. Ich warte hier unten auf euch, Jungs. Da kennt der Brox nicht so. Was labert Lester eigentlich schon wieder die ganze Zeit für eine Kacke nebenbei? Keiner hat... Ja, das ist so nervig, Alter. Hör doch auf zu labern, Lester. Hör doch auf, einfach zu labern. Bei mir labert der gar nicht. Geplant, Digga. Siehst du? Alles klar, Brox. War geplant. So, komm. Auch geplant. Let's go. Nee, warte, ey, komm, lass mal noch auf Brox und Philipp warten. Alles. Okay. Das war echt nice. Digga, dieser Spectre Custom ist so das geilste Auto ohne Scheiß. Negativ. Oh, ne, ich werd gerammt. Warum warte ich überhaupt? Warum warte ich auf euch? Warum bin ich so sozial? Warum bin ich überhaupt so sozial und warte? Korrekt. Oh, wow, wow, wow. Komm rein, jetzt. Weiter geht's. Digga, oh! Als würdest du einen dünnen mobben, Digga. Hör doch mal jetzt zu der Mission. Wärst du so ein fettes Stück Scheiße, dann würdest du einen Lauch mobben, Alter. Übertreiben halt richtig, ne? Monsterkampf, Digga. Geil, Leute, wir ziehen jetzt durch hier. Oh. Oh, er liegt. Er liegt, er liegt. Äh, ja. Nein, er aufbezieht. Oh! 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 Digga, komm schon. Komm, kommt schon. Oh! Ich hasse eure Insertions, Alter. Ich hasse eure Insertions, ihr Pisser. Der ist unter Deutschland echt schneller als dein Wagen, oder was? Nein, der ist nicht schneller. Klar. Oh, Mann! Ist doch jetzt okay, Alter. Ich hätte nicht warten sollen, oh ne Scheiß. Das Einzige, was du hast, ist Zahnbelag. Auf deiner... Tasche. 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 Boah, wie geil war das? Boah, das war echt geil. Ihr seid echt, ihr seid kleine Runde, Alter. Der Rest ist voll gegengecrayed. Wie bist du? Und ich hab mich da extra langsig weggeschubst, dass du zwei Räder vorbeifahren hast. Ist doch jetzt okay, Alter. Jedes Mal fährt es irgendein... Ist doch nicht mal irgendwas ein bisschen kaputt, ne? Jedes Mal fährt es irgendein Insertionsschlecht. Ne, weil, komm, hier, die Laternen sind nichts. Wo der Motorradfahrer... Piuu. Laterne stört nicht, Digga. Ist ein Zahnstocher. Mach gleich einen fetten Stunter auf der Rampe. Oh ja, auf jeden, Alter. Ah, scheiße. Ich glaube, ich bin super. Nein. Nein, ich hänge. Okay, dann. Oder? Okay, jetzt, so, jetzt. Ja, Rest in peace, Alter, ich hänge. Scheiße. Karma, Digga. Instant Karma. Fuck, Mann. Gibt's da nicht. Wir müssen auf dem Flughafen. Ja, warte ich mal auf mich. Ja, wir müssen auf dem Flughafen. Lass auch da rüberspringen. Oh ja. Oh yeah. Ausrufezeichen drängelt. Hier kommt der Money. Money, 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 Money. Oh, das war ja close. Ja, Mann. Grüße Philipp von mir und sag ihm, dass ich... Vollmond, egal. Komm mit mir die Däreläufe. Jetzt habe ich es nicht verstanden. Dein Prius. Auf jeden Fall, erst mal, danke, danke Filu für deine Donation. Und ich soll dich grüßen, Philipp von Filu. Und ich soll irgendwie sagen, dass du ein irgendwas bist. Aber ich habe es gar nicht verstanden. Ich lese gleich nochmal. Ich glaube, wahrscheinlich ein hässlicher Mensch bist oder so, wollte er sagen. Oder dass du stinkst. Er wollte wahrscheinlich sagen, dass du ein Stinker bist. Ich glaube, ich habe echt die... Ich drehe... Digga, jetzt... Alter, jetzt... Digga, jetzt sieht es gerade aus, als würde versuchen, ein Bär irgendwie ein Lamm zu besteigen oder so. Ja, ihr müsst es machen. Ich schwöre auf alles, ey. Ja, wie soll man da reinkommen? Ah. Warum jetzt? Das ist ein Prius, Alter. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's hier los, Alter. Komm, let's go, let's go, let's go. 9000 Zuschauer schon wieder. Nice, Leute. Freut mich. Ja, jetzt geht hier die Mission los. Wir müssen ein U-Boot rippen, Leute. Wir holen jetzt das U-Boot. Das ist diese U-Boot-Mission. Ich freue mich. Ist er bei euch auch gerade Stromausfall? Oh mein Gott! Alter, was war das? Oh mein Gott, Junge. Alter, in Deckung, in Deckung. Alter, auf einmal Stromausfall. Was ist denn das? Wie krank ist denn das, Junge? Oh mein Gott, hier sind richtig viele Kinder. Junge, sterb gleich, Alter. Ich weiß gar nicht, wo ich mich hier verstecken soll. Hilfe! Hilfe! Ah! Aua, hier war's tot. Hier war's tot. Damit hat aber wirklich niemand gerechnet gerade, ey. Mein Panzer ist schon weg, Alter. Oh Gott. Ich muss mich verstecken. Oh mein Gott, Digga. Next, next, next. Oh. Panzerung. Ey, hinter mir. Leute, Alter, auf einmal Stromausfall. Was geht denn jetzt ab, Mann? Ey. Ey, ich will das nicht so schnell ab, Mann. Der hier unten. Warum hast du keinen... Ich hab mir doch schwere Panzerung geholt. Was geht denn jetzt ab? Okay. Hä? Ich muss aufpassen, an der anderen Seite sind da viele. Ja, die sind auch oben überall, Digga. Digga, schrottst da jetzt einfach mit der Minigun rein, Alter. So macht man das, ey. Wir müssen die Leitern hoch, wir müssen die Leitern hoch. Ja, ja. Aber kill die erstmal, die sind alle auf der anderen Seite gegenüber, Digga. Na, mach an. Okay, warte, ich hol jetzt auch die Leitern hoch. Digga, die halten so viele aus, ne? Ich seh kaum was, Digga. Alter, das ist noch ganz oben irgendwo. Ich geh, ich geh... Leute, ich geh die Leitern hoch, ich geh die Leitern hoch. Oh, da brennt irgendwas. Juga, guck mal, die schlucken ein komplettes Magazin, das ist nicht normal. Scheiße, Digga. Das ist immer auf den Kopf schießen. Alter, sind da neue gekommen? Irgendwie schon, ja. Ja. Da brennt irgendwas, Digga. Ah, die sind oben, müsst ihr aufpassen, die sind alle oben. Ach, da oben, Digga. Oh mein Gott. Aua. LOL, Mann, ey. Mann, das ist ein Anfänger. Halt die Schnauze, Digga. Ich finde es komisch, dass immer Philipp stirbt. Obwohl er mit Maus spielt, weißt du? Viel einfacher mit dem Aim. Schade, Leute. Aber ey, man muss auch sagen, damit hat keiner von uns gerechnet, dass da auf einmal Licht ausgeht und das war wirklich krass jetzt. Ja, keine Ahnung, Digga, ich bin auch der Einzige, der gefühlt gepusht ist. Ja, deswegen bist du auch gestorben. Ja, ich bin fast schon die Treppen aufgewiesen. Deswegen bist du auch gestorben, weil der Einzige bist, der unnötig gepusht hat. Oh. Ich hab nicht unnötig gepusht. Egal, Leute, komm, ne, neuer Versuch. Scheiß drauf. Egal, er ist gestorben, sorry. Aber, Leute, lasst jetzt mal alle einen Like, da werden noch nicht gelikedet. Lasst mal noch einen Like, da lasst uns mal jetzt easy auf die 10k Likes pushen, Alter. Da fehlt ja nicht mehr viel. Komm, Leute, pusht mal und jetzt schaffen wir das. Let's go, komm, Leute, diesmal rechnen wir damit. Lasst zwei rechts, zwei links, komm, Leon, ich geh links. Ich geh links, ich geh links, ich geh links. Und, let's. Der ist halt so krank, Digga. Hä? Jetzt geht sie ab, Leute. So, wo sind die kleinen Wichser? Die Waffe spinnend. Alter, die ist ziemlich so viel Leben ab. Ich zieh da jetzt einfach mit der Minigun rein. Das ist mir jetzt scheißegal, ey. Nein? Was ist das? Oh, ey, komm, Leute. Ich bin das erste Mal gestorben. Digga, pusht doch einfach nicht. Bleib doch einfach in irgendeiner Ecke mal stehen. Es kann doch nicht so schwer sein. Ich sehe, ich sehe schon, wer der Nächste ist. Ich nicht. Wahrscheinlich ich, weil ich mich jetzt aufreg, Alter. So wie gestern, Digga. Egal, ich klop, ich klop jetzt auf Holz. So. Weiß nicht, welche Waffe ich nehmen soll, Mann. Jetzt bringt es Unglück. Jetzt, wer jetzt stirbt, ist ein Lelleck. Okay. Okay, Abfahrt. Ah, sorry, dass ich mit solchen Noobs hier unterwegs bin, Leute. Mensch mal. Wir hatten gestern verkackt. Deine Mutter hat gestern verkackt, Alter. So, jetzt machen wir das. Oh, ich bin jetzt schon fast tot. Alter, ich kann doch nicht mal weglaufen. Du bist doch schon wieder ganz vorne. Geh, chillt doch einfach mal ein bisschen hinten euer Leben. Bleibt hinten stehen. Oh, Minigun, das habe ich am geilsten. Minigun, kannst du ja gut was regeln. Das seht ihr halt nicht, Digga. Ja, auch nicht. Scheint jetzt einfach auf Headshot-Tür überall rein, Digga. Hey. Da vorne spinnt jemanden und schießt mich ab. Ab ihn. Okay, gut, Jungs, gut, Jungs. Denk an die Snackstacker, wenn du zu low sein. Boah, Digga, ich hab die Schuhen wieder von 20 Seiten beschossen, Alter. Passt auf, passt auch auf die Dächer, da sind die noch irgendwo. Ja, die sind noch ganz oben, so welcher, ganz, ganz oben. Ich gucke hier gerade mal. Wir müssen die Treppen hoch. Er schilder kann auch immer. Aber immer langsam machen, immer langsam. Okay. Wusste. Geh, nicht. Unten immer noch, Digga, von eure Seite, Digga, ich hab ich immer noch beschossen, Alter. Von links. Okay, Jungs, bevor ihr jetzt weiter pusht, geht erstmal kurz Snacks und so. Gönnt euch erstmal kurz Snacks. Ja. Ja. Komm, erstmal. Zack, zack. Ja, die sind halt überall, Mann. So, komm. Weiter geht's, weiter geht's. Diesmal schaffen wir's. Oh, von dir siehst du's richtig gut. Oh, siehst du's gut? Bin grad oben, oben wo drauf. Da kann's richtig gut sehen. Tschüss, wie viel sie neu gespawnt? Oh. Holy. Der ist so viel neu gespawnt. So machen wir das hier, Leute. Die sind alle, die sind alle komplett oben, ganz oben sind alle. Shit. Hä? Brim. Go, go, go. Come on, people, we need lights. Ah. Seht ihr halt echt? Der beworfen auch Licht. Ah, stimmt. Schalt die Notstrom, General. Ja, ja. Mit Licht wär schon Baba jetzt, ne? Ja, die sind alle oben. Ja, ganz oben. Ich bin ganz oben. Ich bin ganz oben. Das sind die. Pass auf. Ja, ja. Mach an die Scheiße. Ich seh nicht. Oh, fuck. Ja, ja. Go, go, go. Inventar Snacks. Wo sind die denn hier? Hallo, wo seid ihr? Okay, komm weiter. Pushen weiter. Komm, wir sind wieder neu gespawnt. Kleine Hunde, alter. Da, genau vor mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich stehe oben fett unter Beschuss, Jungs. Ich stehe hier fett unter Beschuss. Ja, Ditto, Digga. Okay, jetzt ganz langsam. Immer erst mit Panzerungen so wieder raus. Ganz langsam. Keiner mehr sterben jetzt. Alter, wie kommt man ganz nach oben? Brennt da noch irgendwas. Ja, die Treppe musst du hochlaufen, Digga. Ich werde jetzt raus wichsen, alter. Komm. Wow, die ganze Zeit einer. Ich weiß nicht, von wo, alter. Äh, ich bin ja auch gerade richtig verschanzt, alter. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Schüsse herkommen, ey. Komm, jetzt hab ich ihn. Ist unten noch einer oder so, alter? Oh, da kommt wieder einer. Alter, ich brauche oben Unterstützung, Jungs. Digga, ich kann nicht hoch, weil ich die ganze Zeit immer noch schossen werde. Okay, dann bleib da. Ey, wie viel halten die aus? Ich kann ein ganz Magazin in den... So, jetzt. Er liegt am Boden, du schießt noch ein komplettes Magazin rein, dann stirbt er erst. So, okay, gut. Pass auf, pass auf, wer rennt da gerade vor mir rein? Wer rennt denn da gerade? Hier, hier. Ja, gut, gut, mach langsam, weil hier oben ist richtig gefährlich. Du weißt nie, wo die Schüsse herkommen. Ja. Okay. Ist noch einer unter uns, glaube ich. Immer noch einer unter uns, alter. Wow. Weiß drauf, wir machen jetzt schrumpen. Wir sind neu gespawnt da, ne? Oh, ganz hinten ist da noch einer. Bei dem Generator. Ja, der hab ich angeschossen. Gut, er ist tot. Nice, alter. Generatoren anmachen, ich geh zum anderen. Ich bin auf einen Krank. Geh zum Kranken. Wer ist immer noch krank? Wer macht denn die Scheiße an? Aha, nicht geil. Warte, warte, ich mach das. Warte, lass mich mal. So, jetzt. Okay, ist an, ist an. Ja, hier ist auch an. Okay, mach schon mal Masken aus. Man sieht aber noch nichts. Sehr gut. Ey, das ist so geil, wieder Farben zu sehen. Oh. Und jetzt runterspringen. So durchlöchert, alter. Ja, runterspringen. Rest in peace, direkt. Das war wirklich hart, ey. Ja, wow, jetzt haben wir hier keine Gegner mehr. Sauber. Die, was ist hier los, Alter? Die, ich bin überall voller Schüsse. Ich auch. Ist unnormal. Richtig, fürchte es. Du hast ja nicht mal mit 80 Gerät gesehen. Und die Gegner hatten noch nicht mal 80 Gerät, sondern schießen uns ab. Oh. Oh. Schatt. Gut, dass man fast tot ist, fast totgeschossen ist. Und dann isst man Snickers und dann lebt man wieder. Ganz nicht, ey. Du bist nicht dumm, wenn du hungrig bist. Was sind das hier für Autos hier? So, Leute. Jetzt haben wir die Avenger. Ein Pilot ist nötig, um die Avenger zu fliegen. Ich bin auch Bordschütze. Ich fliege, ich fliege. Sehr gut. Ich bin Bordschütze. Ich bin auch Bordschütze. Ich guck zu. Guck mal weg hier. Lass mich mal hier an meinem PC, doch. Lass mich mal hier meine dicken Pornos reinziehen. Jetzt. Hinsetzen. So, Digga. Hinsetzen. Jetzt geht's los. Was ist hier? Geschützt, um Avenger zu benutzen. So, Afford. Okay, rein in den Geschützt, Tu. Fick die alle. Jetzt müssen wir irgendwas kaputt machen. Holy shit. Hilf mit Avenger zum Abgabeort zu bringen. Okay. Ich glaube, wir müssten gleich Besuch bekommen. Aber kann man einen Barrel Roll machen? Wo bin ich denn hier an der... Ach, ich bin unten. Hör auf, Digga. Digga, was machst du denn? Okay, da kommen Flugzeuge. Hinter uns. Jetzt gibt's hier Action. Hör auf, Digga. Anna's down. Hey, warte. Wie willst du die denn treffen, Digga? Hä, was passiert denn jetzt? Ich kann die gar nicht anwesieren. Ey, du musst tiefer. Liegt doch tiefer, Digga. Mach ich ja, mach ich ja. Da sind Jets. Oh mein Gott, Junge. Oh, da kommt was. Geh ein Jet down. Wow. Du musst denk dran, Flughöhe gucken, ne? Wenn du über die Flughöhe bist, dann sind wir am Arsch. Digga, ich hab die behinderte Position. Ich bin hier unten einfach und sehe eigentlich so gut wie nie was. Ich bin richtig so am Arschloch von dem Flugzeug, ey. Ja, ich kann nicht höher ziehen. Scheiße. Egal, ich kann die Häuser hier bombardieren. Du zäffelst die richtig gerade. Oh. Kommt noch ein Heli? Scheiße, Mann. Ich kann ja auch die Position nicht wechseln. Ich bin jetzt. Ja, Mann. Noch einer. Sauber, da. Was machst du denn? Alter, hör mal auf, Junge. War nicht schlecht, Digga. Guck mal, was für eine dumme Position hier hab. Ich kann gar nichts. Ich sehe hier gar nichts. Ich kann hier nur unser eigenes Flugzeug abschießen. Rechts. Da ist er. Naja. Aber diese Geschosse sind krass, Alter. Was ist denn das? Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Das ist lauter. Ja, Mann. Das ist so ein Online-Modus, Alter. Kommt ein Rocket Launcher. Ja, und das ist so ein Helikopter. Kannst du auch richtig präzise mit fliegen, ne? Ja. Aber ist halt das geiler. Was sind das denn für fette Geschütze, Alter, die man da schlägt? 50 Millimeter, Alter. Naja, ich glaube, es ist 50er. Ja, ich muss ja rüber, über den Berg. Die Welt wohnt 10 Sekunden vor 12. Du hast den hier am 2. Was? Neu? Ne, der Welt, ja. Okay. Ich muss auch sagen, die Missionen heute, die gefallen mir richtig gut, Alter. Bisher war noch keine Mission, wo ich sage, das ist scheiße. Und vor allem, das sind ja auch gerade nur die Vorbereitungsmissionen wieder, ne? Das ist ein echt geiles DLC, da sind nicht einfach auf Krampf wieder irgendwelche Autos rausgeknallt und Fahrzeuers und echt mal wieder geile Missionen zocken kann. Und ihr seht ja, wir haben gestern schon ewig dran gezockt, heute zocken wir wieder dran, das macht einfach Boxen. Echt geil, ja. So gut. Geiles GTA DLC, definitiv. Gelandet. Yeah, Leute, nice, Vorbereitungsmissionen abgeschossen. Ich hoffe, als nächstes können wir endlich das UFO klauen. Äh, warum sage ich immer UFO? Ich meine, das U-Boot, das U-Boot. Oh, was für Silber, Alter. Oh, ich bin bloß. Ich meine natürlich das U-Boot. Hier noch ein bisschen aufzusteigen geht ja, ist unmöglich. Also groß. Leute, eine Frage an den Chat. Was findet ihr cooler? Findet ihr die schwarzen Hoodies cooler, zum Beispiel, den ich in den Schätzern habe, oder den Bordeaux-roten? Den habe ich ja auch schon oft getragen, oder auf meinem Instagram-Bild habe, zum Beispiel, den Bordeaux-roten. Was findet ihr cooler? Entweder schwarz, mach einfach entweder schwarz oder rot meinen Chat. Würde mich mal interessieren, Leute. Und macht mir easy die 10.000 Likes voll. Ich sehe gerade nicht genau, wie viele da noch fehlen, aber so arg viel können da nicht mehr fehlen, oder? Und der Blackscreen ist gerade wieder, das lädt bestimmt wieder. Also macht mal, Leute, helft mal ein bisschen hier noch. Die 10.000 wieder im Livestream, Leute. Ja, ich kramix, aber ihr wisst Bescheid. Selbst die Vorbereitungsmissionen sind echt geil. Hammer. Hammer. Mit dem Stromausfall finde ich das eine gute Idee. Ja, ist auf jeden Fall, äh... Überraschungen, ja. Das ist richtig. Surprise. Dieg verbrennt 2 Euro. Dankeschön. Surprise. Zahnlücken, Johnny. Och nee, Digga. Digga, Philipp, was hältst du denn von dem Lied von... dem Johnny? Ja, so richtig ist Roast Yourself, ne? Oder wie heißt das? Ja, Roast Yourself. Roast Yourself. Ja. Das ist ja die ganze Zeit sehr beleidigt. Hat er sich da selbst geroastet? Ja, die ganze Zeit. Ach, okay. Ich bring' an sonst gerne ein Bett. Ich hab's mir gar nicht so angehört. Bin ein Messi und hab kein Bett. Schwarz, Rot, 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 Schwarz. Ich glaub, ist relativ 50-50, ne? Also ich dachte, dass ein bisschen mehr Schwarz sagen, weil Schwarz hat so eine Standardfarbe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich find den Roten auch cooler, weil ich finde, also Schwarz ist klassisch, ne? Schwarz klassischer Hoodie, es sieht immer gut aus. Aber ich mag das auch ein bisschen Farbe zu tragen. Grad so so eine Herbst-Weihnachtsfarbe, Leute. Find ich geil auf jeden Fall. Deswegen, auf jeden Fall, der Rote gefällt mir zurzeit sogar ein Ticken besser von der Farbe her. Aber beides mega freshe Hoodies, Leute. Und das ist ihr bestes Logo hier. Ihr wisst bescheiden. Was ist da so lange? Blackscreen schon wieder. Mann. Digga, der Blackscreen ist schon wieder länger als mein... Okay. Was geht hier ab? Digga. Hä? Da ist Feuerwehreinsatz. Hier ist Feuerwehreinsatz. Oh, Feuerwehr ist schon kaputt. Oh, ich bin tot. Ich bin auch... Lol. Was? Das hat jemand mit der Orbitalkanone verhichtet. Echt? Alter. Das war das erste Mal, dass ich mit einer Orbitalkanone zerstört wurde. Krass. Das war das erste Mal, dass ich jemand einen Multikill davon geholt habe. Ja komm, lass direkt weiter, Mann. Ich will jetzt mal mit den Missionen durchkommen. Ich gehöre in den Insurgent. Insurgent ist mir immer sicher. Locker wird die Orbitalkanone nicht mal den Insurgent kaputt machen. Ja, doch. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich auch. Ja, ich glaube, ich auch. Ja, ich glaube, ich auch. Hallo, Fahrmann in den Insurgent. Äh, aber stell dir mal vor, wir werden jetzt im Krankenhaus gelandet, ey. So. Stimmt. Boah, das ist ja voll weit zu dem Ding. Boah, ey, ihr müsst mich mitnehmen. Ich muss die Mission starten, ne? Nimm Philipp mal mit. Oh. Habe ich nicht als Sterne? Ich wurde doch getötet. Warum? Ey, was soll denn jetzt die Feuerwehr? Die Rastier-Fan-Ding. Die Feuerwehr greift uns an, Digger. Ey, wasch dich. Was sind das denn für Pau-Ruberge, Alter? Ey, ähm, Jungs, ich habe die Basis markiert. Ich habe die Basis markiert. Das sind 10 Kilometer. Okay, lol, 10 Kilometer. Ich habe abge... Danke für die 10.000 Likes, Jungs, Alter. Korrekt, danke schön. Beste Community EU-West. Nee, auf ganz YouTube. So. Übrigens, ich habe heute Mittag auch, ähm, mal wieder Need for Speed aufgenommen, Leute. Mega geil. Kommt die Tage irgendwann, der Part. Also, der erste Livestream von Need for Speed kam ja schon mega gut bei euch an. Aber, Leute, was da passiert ist, müsst ihr auschecken, das Need for Speed-Video. Ich werfe alles, war zu krass. Wir haben... Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber wir haben ein sehr, sehr geiles Auto gekauft. Und wir haben ein sehr, sehr tolles Auto geklaut, ja. So ein... Äh, dieses, äh, eine Auto, der einfach nur Wasserwerfer heißt? Ja, das, äh, die... Ja, genau, dieser, ähm, dieses Polizeifahrzeug, meinst du, ne? Der ist einfach nur Wasserwerfer. Aber finde ich voll geil. Du hast jetzt einen Wasserwerfer und dann kannst du dir bei den Helmen jetzt diese Polizeihelme holen. Du kannst richtig Polizei spielen jetzt, ne? Voll geil. Okay, also, unsere Gegner sind abtrünnige russische Agenten. Ich finde es nicht okay, dass die so gegen Russen hetzen. Oh, Hauptsache jedes Auto gerampft, was auf dem Weg ist. Ja, äh, Digga, die fahren gegen jedes Auto dagegen, äh, was es gibt, ey. Ist das irgendwie so mit dem Search-Stack, Digga? Ja, ja. Ja. Oh, nein. Oh, nein. Digga, jetzt macht doch mal hier nicht diesen, äh. Dann gibt's ja auch nicht hier. Was ist denn weg? In den Graben. In den Graben mit ihm. Weiß Bulle. In den Graben mit ihm. Sieht auf, hört sich an wie so eine Verfolgung, Alter. Boah, was? Boah, was? Was ist das gerade? So, während wir hier gerade mal in die Base fahren, lese ich mal ein paar Kommentare, Leute. So, ich, ich kann ja eigentlich ein paar Leute jetzt grüßen, oder? Während wir hier so fahren, kann ich mal ein paar Leute grüßen, oder? Was meint ihr? Äh, wir sind auf Platz 1 immer noch. Yeah, Leute, so muss es sein. Was geht ab? Like, like, like haben wir schon gemacht. Sonst wären wir jetzt schon bei 10.000 Dikes, ey. Das ist krass. Seid wirklich heftig, Leute. Ich finde das immer krass, weil während man live ist, und wir sind jetzt gerade mal seit eineinhalb Stunden, seit genau eineinhalb Stunden sind wir live, und derzeit 10.000 Likes ist schon, das ist schon ordentlich, Leute. Ähm, genau. Ich lese mal ein bisschen den Chat. Wer gegrüßt werden will, kann das tun, Leute. Was heißt, kann das tun? Kann sein Name in den Chat schreiben, natürlich, ne? Ihr wisst schon, wie ich das meine. Ansonsten hätte ich das jetzt angemacht. Ey, lass mal bitte noch meinen Abbonation-Codes vorbeifahren. Freaky-X-HD-Doppel-X-Snipe-Scopes. Nein, Spaß. Verbrennt 2 Euro. Dankeschön dafür. So. Und ich grüße jetzt mal, weil es ja jetzt nur nicht das Ende vom Stream ist, grüße jetzt mal kurz 5 Leute. Okay, nur 5 Leute. Und zwar, da geht ein Gruß raus an den Tommy. Gruß geht raus an dich. Dann geht ein Gruß raus an den Murat. Und ein Gruß geht noch raus an den Lorenz. Ein Gruß geht raus an den... Wer ist der Nächste? An den Niklas. Gruß geht raus an dich. Und komm, wer ist jetzt die Nummer 5? Wie gesagt, am Ende werde ich dann noch mehr als die Leute grüßen wieder 10. Aber jetzt so zwischendrin können wir mal 5 machen. Und zwar, wen grüßen wir noch Leute? Den... Den, äh... Den Dylan. Dylan. Hatten wir auch noch nicht den Namen. Gruß geht raus an dich. Wie gesagt, wer jetzt nicht grüßt würde, seid nicht traurig oder abgefuckt. Ich werde am Ende des Streams noch mehr Leute grüßen. So. Ja. Nur mal gebacken. Digga, ihr fahrt hier mit euren zwei Insurgents, äh, als gäbe es keinen Morgen, ey. Halt mal an kurz. Ja, meh. Warum? Weil ich jetzt meinen Insurgent auch brauche. Och, nee, oder? Auch dein Insurgent macht auch meinen Insurgent jetzt hier. Du hast aber einen Fake-Insurgent. Ja, ich habe einen richtigen Insurgent. Nee, du hast die Fake-Insurgent mit FNG. Das ist... Da drüben ist er. Der hat auch Gefühle. Nein. Okay, warte, ich habe einen auch bestellt. Jetzt sind wir die Insurgent Gang, Leute. Gang. Oh. Die Bullen, die steigen aus. Aber wir müssen doch schnell zu den Bullen, äh, Bullen, sag ich, zum Waffenland und Panzer umkaufen, ne? Dankeschön. Danke, da unten, da unten. Der ist die Meckengrün, ist doch voll geil. Verpiss dich. Digga, der ist richtig geil aufgetunt, ey. Ihr habt... Ich glaube, ihr habt alle keinen Geschmack, ey. Ich muss ja eigentlich schon aufziehen. Das ist aber die Insurgent Army hier. Ich will jetzt mal den neuen Radiosender hören. Lastkraftwagen-Fahrer. Dafür brauchst du einen LKW-Führerschein für den Insurgent, Leute. Dafür brauchst du einen Lastkraft-Führerschein, ja? Führerschein. Nee. 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 Du brauchst einen Lastkraftwagen-Führerschein. Nee. Nee. Lügen darf man nicht sagen. Leute, der Insurgent ist so ein Panzer, ne? Unglaublich. Ja, Mann. Hier sind so viele Bullen, Alter. Und jetzt dann... Boom! Boom! Ja, Mann. Das sieht aus wie ein Buckelschirm, wie ein Lastkraftwagen. Hahaha. Ich glaube, das war so fast die... Dann zerfetzt du die Polizeiautos. Was da los, ey? Einer schreibt, Jotaxi ist hier. Der riecht mir richtig in Real-Life-Mod, Alter. Dich riecht richtig Rollplay, Alter. Ja, nochmal. Jotaxi ist hier. Wo du von jem weggefetzt wirst, Alter. Ich finde hier Hardcore-Rollplay, Alter. Jotaxi ist hier. Please come to me and drive with me. Ich bin da. Oh, guck mal, wie lang die brauchen, ey. Ja, habt ihr euch Panzerung noch geholt? Ja, aber wir alle... Wir können ja in der Mission kaufen, am Anfang. Also, wenn wir da... Ja, einmal noch. Nee, komplett full, oder? Richtige Profis sterben nicht. Achso, nein. Ups. Richtige Profis brauchen gar keine Panzerung. Richtige Profis fahren Insurgent. Ja, ich hab den den Search schon voll vergessen, dass es den gibt, ey. Aber ist voll geil. Ja, die wollen mich echt abschießen, wenn ich in so einen anderen Potser hätte. Ja, lad mich am besten einfach mal ein, Digga. Na, warte. Hoho. Nein! Nein! Oh, ja. Oh. Mich würde mal interessieren, wie viel so ein Search in den echt wiegen würde. Locker fünf Tonnen oder so. Tja, guck mal, wie der Polizist wegrennt und einsteigt. Kennen Sie den Bruder von Top Gear? Hm, nee. Ist das so ein Insurgent oder was? Ich find der Insurgent ist fast so ähnlich, Alter, wie der Marooner. Ich hab auch neulich mal so ein Video auf YouTube gesehen. Irgendwie die zehn gepanzerten, top gepanzerten Fahrzeuge oder so. Da war auch so einer dabei. Ja, da war der Marooner dabei, Digga. Ja, ja, dann, ja. Neu. Das ist so ein Riesen-Rutschgefärmter. Ja, 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 genau, ja. Ich hab's grad, die ganzen Bullen, äh, ins Wasser, Digga. Aber der Insurgent ist, glaub ich, noch eine Nummer kleiner, wie der. Guck mal. Guck mal, der Bulle hängt, das weiß. Müsst dich schon noch auftunen, bevor wir die nächste Mission starten. Wow. Ja, der ist aber echt fix, ne? Du kommst auch voll gut durch Gelände durch hier, ne, und so. Das ist voll krass. Guck mal, fetzt du da einfach mal so ein LKW weg, easy peasy. Es sind halt so viele neue Missionen dazugekommen, das ist ja krass. Ich hab den Chat in die Luft gejagt, hahaha. Die Bullen, die kriegen ich sogar. Alter! Ich bin fast tot, die haben mich voll gut getroffen, die Bullen. Ja, die haben mich aus dem Insurgent getroffen, oder? Ja, ich wusste noch, ich hab einen Minimitern. Digga, hör mal auf, nur weil du mich von der falschen Seite getroffen hast. Hahaha. Noch ein Bullenhelikopter ist noch hier. Jetzt mach ich dich kaputt, ey. Digga, schau mal, der da hinten will mich jetzt abschießen, weil ich den im Chat zerstört hab. Hahaha. Hahaha. Was willst du machen? Was ein Opfer. Boah. Über seine Rakete drüber. Richtig das Opfer. Glaub, glaub der kann mich hier zerstören. Mit seinen komischen Raketen in meinem Insurgent. richtig action hier ja ja ich nehme jetzt auseinander ich war jetzt hier einmal komplett um 0 mit meinen solchen oh nein 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 nicht umkippen nicht umkippen nicht umkippen nicht umkippen dann schnappen wir uns den paul berger das ist ein paul berger da ist er glaubt er hat mich die ganze zeit über raketenwerfer aufgefeuert und ich habe ihn trotzdem hier noch geschnappt er wird mich so er wird mich so hassen ja ja jetzt wird er mal von meinen granaten online er wurde auf mich getroffen ich dachte das opfer wird durch meine granaten zerstört der insurgen richtiges u-boot alter wieso kannst du mit unter wasser fahren oder was ich war richtig tief unter wasser ich habe mir 30 zoll rauf geknallt richtige luxus felgen und den berg hoch hier gar kein problem für den insurgen dort oder wurde er aber man hält echt verdammt viele schüsse aus leute so ich habe mich die ganze zeit mit einem gefetzt alter ich habe den tausend mal zerstört da hinten ist er ja am ende hat er mich halt zehn mal mit einer pg abgeschossen aber der hat schon viel ausgehalten ja leute das war action was wir gemacht haben das ding ist wirklich schneller als mancher sport war ja lad doch jetzt mal ein bitte ich muss einmal zur basis klopft dir gleich die pfeffis raus in gold richtiger 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 dubai scheich alter lad mal eins sonst muss mich hier gleich mit einem wieder fetzen du dich mal ey du dich mal ey oh die ganze sirene ey uiuiuiui da drüben ist der irgendwo aber der ist im passivmodus diese kleine opfer alter richtiges opfer boom wir snipen jetzt hier die polizei wir snipen die polizei leute ja lad mal rein lad mal rein ja ich mach einfach mission ist ja eh eine vorbereitungsmission jetzt wieder richtiger nein ich will nicht rein oh falls ihr euch noch snacks wollen ich wollte schon weil ich ihn die ganze zeit abschieße komm her alter oh was ein paar was ein opfer hast mich eingeladen ja so jetzt gehts weiter leute und vor allem das ist wie gesagt das sind gerade die vorbereitungsmission für diese u-boot mission mega mega geil leute ich will diese u-boot endlich klauen ey das klauen wir doch gar nicht doch natürlich doch nein wir klauen das wir klauen das u-boot und wir werden das auch klauen weil das jetzt die klaumission hier und wenn ich das u-boot hab dann also ich weiß ja nicht welches u-boot du klaust aber ich klaue gar keine ich mach das u-boot kaputt 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 ja das ist einfach das ist kein u-boot das ist einfach nur ein riesen zäpfchen u-boot kaputt oder wir müssen daten klauen ich bin mir nicht sicher aber dafür klauen wir doch das u-boot das kann doch sein wir wissen nicht wir wissen nur dass wir irgendwie wir wissen nur dass hier ein u-boot ist leute hier ist der planungsraum und jetzt ist irgendwas hier wieder im gange jetzt nächste mission leute pa 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 alle mal drive by oh shots fire lol bei mir lädt noch gern wuhh oppressor geil yeah wuhh wuhh geil alter yeah mit x also a ne 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 die oppressors alter auch geil jawohl warte mal auf mich huu oh ich fliege anders honored zich oh nein Ich kann das erklären, Leute. Ich kann das erklären. Ey, ich raste gleich aus, wenn es hier immer wieder die Aufnahmen statt. Da ist der Nächste. Ey, Leute, es passiert mir immer, wenn ich irgendwo Beschleunigung holen will. Ja, bist auch auf die Fresse geflogen. Aua, ne. Eiße. Nimm mal diese Oppressors, Alter. Ja, es sind richtige, die Baller sind hier, Dinger. Erledige die Dealer. Oh, wir müssen Drogendealer erledigen. Wir sind hier die DEA. Kann mal jemand zu mir kommen, ein Oppressors? Boah, Alter. Richtige Schießerei hier. Ach, warte mal, warte mal, Brox, weil Philips Spike hängt fest. Was ist da oben? Oh, ist das da oben auf dem Dach? Ja, ich komm. Okay, warte. Ich bin hier gelandet. Fahrst mal runter, fahrst mal runter, Digger. Ja, wie denn? Ja, setz dich rauf und springst dann ab vorher kurz. Hab ich denn das schon? Warte, wo ist denn das? Doch, das ist dieses Flugzeug, was dir auch angezeigt wird, da. Auf der Minimap. Ah, das ist da an der Seite noch. Gar nicht oben drauf. Ja, das ist mir weggeflogen. Ich hab da einen Stunt gemacht. Gucken wir, ob ich da überhaupt... Warte, ich glaube, ich komme hin, ich glaube, ich komme hin, Digger. Ah, da, ja, da kamst du easy hin. Ja, warte, ich kann doch... Können wir ja nicht zwei auf Oppressor nehmen, ne? Ja, ich bin da, ich bin da. Ja, dann fährst du kurz hin und springst kurz vorher ab. Aber ich kann das aber anders machen. Ach, da unten liegt das... Oh, krass. Krass. Ich schmeiß es dir runter, warte. Ja, gut, Fabi, Fabi ist Ehrenmann, Alter. Achso, du schießt es jetzt runter. Nee, 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 ich fahr gegen, ich fahr gegen. Fabi ist Ehrenmann. Mach doch ein bisschen Raketenantrieb. Ja, mach ich jetzt auch. Warte. Du wirst absolut sterben. Das wird jetzt gleich aufs Nächste fliegen, Alter. Ja. Leul. Gut, Jungs, gut gemacht. Ey, frag... Oh, Leul ist tot. Frag mich nicht, wie das Ding da hingeflogen ist, Alter. Okay, komm, jetzt weiter geht's, Jungs. Was müssen wir machen? Ja, zu diesem... Zu diesem Gila-Lelex. Zu den Lelex. Lelex. Na, der Boost reicht nicht. Feels right. YOLO-Player, Digga. So, let's go, let's go, let's go. Oh, shit. YOLO-Player. Zumindest man muss immer kurz landen, um den nächsten... Oh, Boost mitzunäherz. Alle sterben hier, Alter. Yeah, das war gut. Digga, jeder ist zu dumm, um damit rumzufliegen. Ich schwör auf alles. Ich wollte schießen, mit A, und dann... Da lag es rein. ... und dann hat er in die Flügel eingefacht. Ey, stimmt, ich wollte das auch grad machen. Ey, das ist ja voll dumm. Ja. Warum muss man das mit diesen Oppressors, Mann? Das ist voll unnötig, eigentlich. Weißt du, das Problem? Bei manchen Fahrzeugen ist es dann auf A oder X. Ja, das stimmt. Immer verwirrend, ey. Ich finde das auch gar nicht so einfach, damit immer so zu... die Teile so zu steuern. Also das ist ja mit Maschinengewehr nur. Ich dachte, das ist gar nicht... Leon, das ist hier vorne. Ich finde, die machen wir übelst Bock. Kannst du einmal helfen? Oder vielleicht ist auch hier eine Leiter oder so. Ich guck gerade, Digga. Ja, hier ist eine Leiter. Passt, passt, passt. Aua. Okay. Ich snipe die jetzt einfach weg, Jungs. Zack. Easy Headshot, Leute. So machen wir das hier. Gar... Ja, Nächste. Komischer Dealer. Ja, wir müssen gleich bestimmt irgendwo anders hinfliegen. Ja, wir sind hier einfach alle in ein Online-Lobby. Ja, also den haben wir ja umgenutzt. Jetzt gehen wir zum Nächsten. Stehen die rum, oder was, an den Straßen? Oh nein, oh nein, da vorne ist ein Hausdächer. Oh nein, oh mein Gott, diese verdammten Oppressors, Alter. Ich fahre jetzt da... Fahren die mit Auto, oder was machen die? Oh, harte Landung, Leute. Ja, die haben so Gang-Autos. Bisschen harte Landung. Egal, ich zerfetze die aus den Autos da raus, Junge. Wir kloppen denen die Pfeffis aus den Autos. Digga. Was machst du denn? Ey, anhalten. Anhalten. Ich muss nicht... Ich muss nicht... Meiner fährt hier mit dem BMX auf dem Highway, ne? Okay, cool. Ich sehe es, Digga. Halten Sie an! Das ist eine Bundesliga-Maßnahme. Digga, wo sind denn hier diese Dealer? Was sind die denn? Guck mal, was ich jetzt mach, Digga. Oh. Ich hab mich mal weggeschossen, Digga. Warte, da ist noch ein Dealer. Nein! Nein! Leute, da ist nochmal mit Fahrrad. Pass auf, was ich jetzt mache. Oh, das war ein hässlicher Unfall, Leute. Ich habe geschrieben, hast du jetzt auch noch eine... Ja, okay. Mit ein richtiges Full-Speed, Digga. Den hab ich gesehen. Ich hab nix gemacht, der wurde einfach mit random rumgefahren. Also, das ist bloß noch die richtige, Digga. Nee, ehrlich? Dö, 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 dö. Okay, wir müssen irgendwas mit freundlichen Empfang machen. Ich kann mir jemand helfen, an meinen Bike zu kommen. Leute, ihr könnt mal kurz warten, ich muss mein Bike holen. Ja, ja. Das ist ein bisschen belastend. Oh, Alter, wie ich hier wegfetze. Oh, komm. Da ist was, da haben wir es. Ja, wie schnell man in der fliegt, ne? Nein, das sind die Oppressors, Leute, von der Mission. Deswegen sind hier wahrscheinlich keine Raketen dran. Ansonsten... Also, wir haben hier bestimmt Raketen... Also, bei mir, normalerweise sind da Raketen dran, ne? Wenn du die auftunst, aber sind halt normale, you know? Da fliegt jemand. Das war nicht. Ich flieg ja auch die ganze Zeit. Ich bin fly wie ein Vogel. Flying Standard-Skill. Hä? Wie sieht mich an? Wie sieht mich an? Flying Mag-Skill. Echt? Mit Sam DeLorean oder so? Oh, das erinnert mich irgendwie immer so an... Wie heißt dieses eine... Tiny Birds oder so, wo man immer so kurz dodgen muss. Alter, holy shit. Sehr gut, Brox. Der hat so... Kacke gestorben. Diga, dieser Nervensäge kommt da mit Sam DeLorean und knall ich jetzt das mal ab, Alter. Prob ich mal ab. Ja, ich bin auch nicht abgeschossen, der Kleine. Ach so, das ist einer von uns. Mit Sam DeLorean. Zieh mal abknallen. Ja, Mann. Können wir jetzt zwei auf Oppressor? Ich weiß das gar nicht. Ich glaub nicht. Tja, was macht denn die Alte da? So, fast geschafft, Leute. Wo bleibt das Gewinnspiel? Gewinnspiel ist schon aufgelöst, Leute. Die Mails sind raus, Leute. Die Mails are out. Ey, Digga, das ist meiner. Ich fahr jetzt, ich fahr jetzt mit dem Wagen dahin. Seid ihr schon bei der Wohnung, Leute? Nein, nicht, dass wir nachher die Oppressors brauchen, Digga. Ja, ich bin hier. Ja, okay. Ich meine nicht. Er liegt hier. Diese Dreckslachtherrn, ich hab sie nicht gesehen. Okay, irgendwas müssen wir jetzt hier bei dieser Wohnung machen. Aua. Warte kurz. Ja, ja. Äh, warte, wir müssen, glaub ich. Ja, hier unten. Hier. 400 Meter noch bei mir. Ja, warte, lass die so entstellen, dass wir... Ey, warte, ey. Ey, nicht sterben. Digga, diese kleine Nutte. Ich hörte die grad von der Nutte abgeschossen. Alter, die hab ich in der Luft getroffen. Was ist das denn? Was ist das denn für eine kranke, Alter? Die Cracknutte, ey. Er ist gestorben, ja. Du, wo das mein Mädchen getötet ist? Ja, ich fahr da hin, denk mir nix böse, auf einmal hält sie mir Knappe an den Kopf. Gibt's ja, das gibt's ja gar nicht hier. Raus hier aus eurem Puff, doch, ey, glaub ich, die Fevi-Stack. So, jetzt komm, in die Wohnung rein, Leute. Ich find's voll cool, dass man jetzt mal so mehr in Räume reingeht, weil die Wohnung hat man davor noch nie gesehen, Leute. Boah, ich richtig mit deiner Schulter durchgeboxt, Alter. Boah, das... Auf den Boden, Junge! Auf den Boden! Ey, geh doch mal, hör doch mal auf die Tür zu blöcke hier, ne. Digga, wir müssen die Gangster killen. Das ist richtig wie von der Einbruch-Mod, ne? Jawohl, ich hab die... Ich hab die Tasche gekommen. Hör auf, die Dealer verfolgen uns doch. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, komm. Die Junkie ist tot. Easy, das Packet geklaut. Okay, wollen jetzt zurück, oder? Oder? Was? Ich glaub, wir müssen zurück... Ernsthaft? Ich fall die Treppen runter. Eih, schau mal, hier ist so ein Ballast-Lowrider, Alter. Ich mach erst mal dem sein Auto kaputt. Erst mal dem sein... Ah, richtig. Der ist auch kaputt. Der ist auch kaputt gefetzt, ey. Ich find auch gut, dass die so gut abwechslungsreisen, die Missionen. Ja, dass wir jetzt hier irgendwie in so eine Wohnung einpreschen und so. Oh, da kommt man da in die... Aber wir fliegen einfach weg, Alter. Das ist schon nice gemacht, ey. Krieg mich gar nicht. Oh, wo soll ich denn hier landen, ey? Auf die Tankstelle. Das ist schon nice hier. Wow. Das ist ja richtig einfach mit dem Motorrad. Nein. Oh, ich hasse das. Fünfmal auf, Pizza-Ente ist nacken, Alter. Wann klaut ihr das U-Boot? Dankeschön, Digga. Die Pizza-Ente. Das U-Boot, das ist schon diese Mission, wo wir das U-Boot klauen. Wir müssen ja bloß noch so Vorbereitungen machen. Ich weiß nicht. Was mussten wir denn gerade von diesen Dealern klauen? Was war das denn? Ja, scheiße. Mein Motorrad ist auf dem Dach. Ich klau mir jetzt ein Mini, meins auf dem Dach gelangen. Aber auf jeden Fall, falls ihr auf die U-Boot-Mission wartet, das ist schon die U-Boot-Mission, Leute. Das ist bloß halt schon die Vorbereitung. Aber kommt jetzt. Du lügner. Wir sind nass da. Wir machen erst einmal Kabel, Leute. Okay, abgeliefert. Ich muss umdrehen. Erstmal schön Cabrio gönnen, ihr kennt es. Ich komme hier mit meinem Mini angefetzt. Was mir ein bisschen auf den Sack geht, dass du mit diesem Impressor kaum drehen kannst. Ja, die Lenkung ist ein bisschen broke. Gut, haben wir abgeschlossen jetzt, oder? Ja, wir starten jetzt direkt die nächste vor. Und danach, das ist doch dann jetzt die letzte Vorbereitungsmission, oder? Nee. Oder wie viele gibt's? Nee, nee, nee. Ja, also, das war jetzt die zweite. Das heißt, das heißt... Das war auch schon die dritte, oder? Nein, es gibt aber immer eine Vorbereitungsmission, dann eine... Warte, wenn ich jetzt... Ach, wenn ich jetzt den Impressor an mein Dings packe... Es gibt doch drei Vorbereitungsmissionen und dann kommt jetzt die U-Boot. Nein, wir müssen danach noch zwei Missionen machen. Ach. Vier Vorbereitungsmissionen, was? Und dann kommt erst die Finale, Digga. Dann Finale. Oh. Finale. Oh, ich bin auf jeden Fall auch mega gehypt, meine Freunde. Willst du die heute noch machen, oder was, alle? Ja, es dauert es lange. Ich will das U-Boot heute noch machen. Digga, es sind jetzt noch... Vier Missionen, Digga. Ja, komm, das schaffen wir. Wir sind ja schon zwei... Vier Missionen noch? Nein, wir haben doch gerade schon zwei Vorbereitungsmissionen dafür wieder gemacht. Das sind aber vier Missionen, wo dann nochmal drei Missionen extra sind. Das heißt, es sind ungefähr jetzt noch zwölf Missionen. Was? Das sind noch zwölf Missionen? Oh, shit. Egal, macht einfach mal weiter, Leute. Einfach weitermachen. Mal gucken. Ich dachte aber, dieses... Nee. Hä, nee, Leute. Dieses U-Boot-Mission jetzt. Das ist ja jetzt quasi die nächste große. Es gibt ja immer mal... Es gibt ja immer drei... Ja, ja, klar. Ja, aber es sind immer die Vorbereitungsvormissionen. Dann gibt es auch da eine Mission. Ja, nee. Aber es gibt ja insgesamt, ich glaube, vier Dicke. Und eine Dicke haben wir jetzt erst gemacht. Diesen Akt 1 war das. So. Ja, und jetzt müssen wir wieder drei Vorbereitungsmissionen machen. Und jeweils insgesamt sechs Missionen, Digga. Ja, aber dieses... Ja, eben. Das U-Boot ist ja der Akt 2. Und... Oh, nee. Das ist doch eins... Wir müssen jetzt noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das wäre die sechste Mission, Digga. What the fuck? Okay. Okay. Das kannst du vergessen. Also ich... Ich mach das doch nicht. Ja, gut. Sex ist zu viel jetzt noch, oder? Ich auch nicht, Digga. Wir können gerne jetzt auch weiterzocken, aber... Aber ich werde doch definitiv nicht... Ja, wir schauen mal, wir schauen mal, wir schauen mal, Leute. Ich habe jetzt nicht Akt 2. Ich dachte auch. Nee, nee, Digga. Das sind diesmal noch mehr Missionen. Alter. Das sind... Vorher, Mann. Das sind richtig viele Missionen, die da reinklärten. Ich dachte auch, das wäre jetzt noch... Team 1 greift die Gießerei an, um Agent ULP zu befreien. Team 2 gibt von einem höheren Ort aus Feuerschutz. Ey, aber schau mal, es ist nicht immer drei Vorbereitungsmissionen und dann wieder so ein Akt. Nein. Boah. Nein. Ich bin gestorben. Okay, Leute. Schauen wir mal. Aber es hat auf jeden Fall... Wir haben auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Ja, leit mal ein jetzt. Ja, finde ich auch gut so. Das ist halt nicht alles ein... Finde ich auch sehr gut, ja. Ich habe euch eingeladen. Hä, echt? Ich bin in der Einladung. Beide eingeladen. Ich shopke einen, ne? Okay. Auch nicht. Aber dann, ich lade einen dann. Jetzt. Jetzt haben wir fertig. Okay, jetzt habe ich. Let's go! Let's go! Ich will in der Gießerei den Agenten befreien. Ja, Mann. Vorbereitung. ULP-Rettung. Ab morgen kommt Ark, Leute. Ab morgen Mittag, Ark. Morgen kommt Ark. Ark. Läuft wieder. Ark. Ups. Ark. Ich will Bodentrupp sein, ja. Boah, wie ich aussehe, Digga. Boah. Warte mal, was bin ich denn? Ich will nicht Beobachtungsteam sein. Boah. Ja, dann kommt Bodentrupp. Ey. DMG, du bist nicht am streamen. Gib mal ein anderes Team. Guck mal, wie ich aussehe. Instagram-Fall. Gib mal ein anderes Team. Fratan. Danke, ich küsse deinen Nacken. Boah, ich sehe aus wie DOS, Alter. Digga, das sieht schon heavy aus. Boah. Alle in Surge-Gent. In Surge-Gent. Was? Achso, den Surge-Gent. Boah. Boah, ja. Du nimmst mal alle, die es hat. Ich bin einfach. Let's go! Ich bin einfach Ghost von MW2. Let's go! Digga, du hast da ein BH an, Alter. Was mit Weichstühle ist, weiß ich nicht. Soll mit denen sein. Ja, boah, wir sind alle die. Okay. Alter, jetzt sehen wir richtig. Jetzt sehen wir mal mit 10 Episoden einmal mit ARK spielt. Boah, ich freue mich so auf ARK mit morgen. Ja, Mann, das wird geil. Holy Moly, Alter. Boah, wir sehen richtig aus wie ein Motherfucker, ey. Sieht aus, wie wir einen Titten haben. Also, wir haben einen Titten, ey. Das sind echt so Tittenschutz, ist das, Alter. Und alle Insurgents, ey. Wir sind die Gang. Ein Pro Brüder. Ein Pro Brüder. Oh, wer hat denn? Einer hat verkackt. Leon, was ist denn das für ein Müllauto da? Der wird jetzt gemobbt, Alter. Ey, mach doch nicht mit. Ja, warte, wir müssen ihn kriegen. Ich hab sogar Geländereifen drauf. Digga, der wird jetzt weggemobbt hier. Ja, mit damals geht es umfuttert. Digga, jetzt hör doch auf mich zu rammen. Damit wird es nicht schneller. Ich kriege nicht. Jetzt geht es hier wieder ab, ey. Guck mal, wenn ihr zuerst das macht schneller für den Sport. Ja, ich hab ihn, Jungs. Oh, nein. Jetzt wird er gemobbt, Alter. Haut rein, Digga. Oh, doch nicht. Jetzt beginnt das Mopping. Das Problem ist einfach, ich dachte auch vorhin, ich kann denen entkommen, aber du kannst nicht entkommen. Du kannst denen entkommen. Es gibt kein Entkommen. Nein. Nein. Okay, das war es echt wert, ja. Das war es wirklich wert, Digga. Das war es wirklich wert, Digga. Das war es wirklich wert, Digga. Brox, Brox, immer musst du reinscheißen. Immer musst du verkacken, Brox. Ja, jetzt. Drück mal nicht Neustadt, drück mal Fortfahren. Nein. Und bei mir darfst du nicht mitfahren. Du kannst der Hölle des Entsurgs nicht entkommen. Jetzt kriegen wir dich wieder auseinander, Alter. Die Entsurg-Gang, Alter. Das ist mein Goldner. Warum hat er denn so weit vorne? Ja, du bist jetzt am Arsch, Digga. Hä? Mein Auto ist kaputt. Ich habe kein Auto mehr. Oh, schau. Sorry, vorne steht doch Auto. Nimm den hier. Brox, nimm den hier. Ja, okay, komm, steig ein. Mach ihn noch nicht kaputt machen. Er ist ruhig, um eine Tür zu machen können. Ey, das ist doch ein getuntes Auto. Ey, lass ihn doch erst mal. Lass ihm erst mal Vorsprung, lass ihm Vorsprung. Ey, der Sonser. Das heißt, ich wohne ein Auto. Boah, Philipp hat verkackt. Ich schnapp mir Brox. Yo, er wollte mir auch keinen Vorsprung geben. Ich hau es ab. Ey, ob ich zu holen. Philipp, Mann, was denn? Boah. Boah. Oh, mein Gott. 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 Ey, schau, schau. Oh. Ich warst... Ich warst... Ich warstürlich. Ja, warte. Pfff. Kann er ihn nicht hochstehen, oder? Wow. Er versucht zu entkommen. Es gibt kein Entkommen. Ja, Digga, falsche Richtung, Brox. Scheiße, stimmt. Oh, was ist denn los? Ruhst du gehen raus, Digga. Der meint's richtig schnell. Geh, abfall. Boah, es gibt keinen... Boah. Ey, du musst auch rechts lang, verrechts lang. Scheiß drauf. Du musst auch mal die Mission hier machen. Ins Wasser. Brox ist fahangegangen. Nein! Nein! Boah, zurück, 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 zurück. Warum schufst du mich rein? Fahr zurück, zurück! Digga! Jetzt ist jeder im Wasser. Ey. Neustart, neustart. Was soll einen umbringen? Irgendwann muss ich umbringen. Er hat keinen Bock drauf. Ja, deswegen hab ich mich doch umgebracht. Damit wir neu starten können. Jetzt müssen wir alle mit diesem... Oh, das ist auch kaputt. Jetzt müssen wir alle mit dem Gümmel-Auto. Wir müssen ein bisschen fortfahren. Ne, macht doch einen Rücken. Ja, fortfahren. Ja, fortfahren. Nein, nein, wir fahren mit keinem Auto. Nein, nein, wir fahren mit dem Gümmel-Auto. Wir fahren mit dem Gümmel-Auto. Okay. Boah. Ne, bei dem neuen Panzer können wir uns genommen viele Autos haben. Macht mal richtig. Ja, wir machen jetzt richtig, Leute. Ein bisschen Spaß. Ein bisschen Spaß darf doch sein, Leute. Ein bisschen Spaß, ey. Ein bisschen Spaß, all right. Wir haben auch nicht Spaß in unserem Scheiß-Leben. Ja, toll. Jetzt haben wir nur dieses Gümmel-Auto. Wahrscheinlich nicht mal das. Wahrscheinlich steht nicht mal das da. Jetzt fahr Fahrräder. Direkt Fahrräder. Oh, ich dachte gerade, ja. Ich will fahren. Ich fahr. Ich fahr. Lass Fabi fahren. Lass Fabi fahren. Ey, geh. Weg. Lass mich da fahren. Lass mich fahren. Lass mich fahren. Du fährst scheiße. Ey, Junge, was zieht mich denn raus? Oh. Ja, wir können leider laufen jetzt, Digga. Halt doch mal an. Er will mich rauswerfen. Oh, Horde. Los, Horde. Ey, fahr nicht weiter. Fahr nicht weiter. Wer ist denn am Auto? Kein Schritt weiter. Ja, komm, dann hör doch jetzt mal auf zu trollen hier. Ja, dann steigst du hin ein, Digga. Hör auf zu trollen jetzt. Guck mal, wer will da vorne ansteigen? Wer ist das? Hinter mir, wer ist das? Ich fahr jetzt um, Digga. Jetzt mach doch mal vernünftig hier. Ich raste aus. Lass mich dabei steigen. Steig jetzt ein, in den rechts. Was soll denn das, Brox? Geht auf die rechte Seite. Dein Platz ist mein Weg frei. Alter, rechte Seite. Das ist schwer. Jetzt komm, Jungs. Rechts jetzt. Rechts, hinten, rechts. Jetzt, hört auf. Werft die Granate weg. Die explodieren in der Hand, Junge. Drei, zwei, eins. Gleich explodiert Auto. Alter, mal Hände aus dem Auto. Erst mal Arme am Hacken, Digga. Alle mal die Hände aus dem Auto. Hände aus dem Auto. Ich hab die gezündet. Oh Gott. Wahrscheinlich. Oh. Fahr jetzt vernünftig, Mann. Alles nach Plan. Was soll ich euch da haben? Was soll ich euch da haben? Das ist richtig. Es ist mein Turn, um den Sonnenblatt zu entdecken. Ich weiß nicht, wo ich den Hände hingeworfen habe. Achtung. 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 Ja. Gibt dir keinen besseren Fahrer, den ihr euch auslöst. Achtung. Granate. Und die Hände aus dem Fenster. Party-Mobil ist das, Alter. Wer ist das denn da? Lass doch an, mit der Leuchtpistone rauschießen. Was machst du denn? Ich soll auf dem Dach landen eben. Jawohl. Kennst du das nicht? Abkürzung? Der alte Stunter, ey. Blockiert. Perfekt. Wolle ich durchfahren. Muss halt undercover kommen, Digga. Das ist nicht erwarten. Lass mein LKW beschießen. Schieß in den LKW. Digga, wie das aussieht. BAM. Wir sind so ein richtiges Zaubermobil. Ey, Digga. Hier rechts, hier rechts, hier rechts. Nee, Zauber. Zaubermobil, Alter. Da, wo ich hinschieße. Da hin musst du. Da hin. Ja, da ist eine Barriere. Wir fahren auch ganz unauffällig, und dass uns keiner sieht. Ja, machen wir. Das sieht niemand hier, nee. Hallo. Oh, fuck. Oh nein, ich bin rausgesprungen. Der steigt hier raus, Digga. Falsche Taste. Ah, ich sterbe. Idiot, ey. Tut mir leid, Jungs. So ein Idiot. Jetzt können wir gleich alles neu machen, ey. Ich habe überlebt. Noch lebe ich. Boah, obwohl ich rausgeflogen bin. Ja, wir haben gestürmt. Oh mein Gott, war das knapp, Leute. Ich schwöre, einen Schuss mehr, ich wäre tot. Das ist stark. Ich war schon mal mit dem Revolver. Ich spiel jetzt mal mit dem Revolver. Ich spiel jetzt mal mit dem Revolver, Leute. Das war geil. Wir müssen hier in die Gießerei. Wir müssen hier rein. Digga, oh Gott, wie geil ist das? Alter, wir können jetzt hier reingehen. Von Trevor, wo mal Trevor gefoltert hat, oder was? Nee, nee, das ist so nett. Nee, das ist, wo er ein Schwenk ging. Tschüss, Digga. Du bist raus, du bist raus. Raus. Achtung, was, Magnus. Dankeschön. Geht raus, Digga. Wir müssen hier vorne hin. Du bist der beste Streamer. Dankeschön, danke. Ey, toll. Dankeschön, Magnus. Digga, wir haben mich denn da jetzt enttäuschiert. Korrekt. Ey, guck mal, was das für ein Scheiß ist. Die können jetzt da drin sein. Und wir müssen draußen warten. Nee, ich muss draußen aufpassen. Nein, wir müssen anders drin, Digga. Oh, Anfängerteam. Ja, aber wer ist gestorben? Also, Philipp, findest du nicht, du bist heute genug gestorben? Ich habe ganz viele Kills, du hast dich ein. Jede Mission, ey. Stimmt. Jede Mission, ne? Ja, das ist im 8.000 Unterschied. Ich habe vier Kills und du hattest null. Ja, dafür leg ich. Alles klar, Digga. Danke für den Support, Digga. Okay, gut, dass wir hier sind. Ich habe nicht null Kills, Junge. Bei meinen Fahrtkünsten sind wir sogar jetzt hier gespawnt. Sehr gut. Und mit unseren Tegas. Wir müssen wenigstens nicht wieder da hinfahren. Macht doch mal. Ja, ich finde es auch scheiße. Wir müssen ja echt schneller durchkommen. Ja, ihr trollt die ganze Zeit. Warum nehme ich den Sniper? Bin ich dumm. Ja, solche Schutzwesten möchte ich auch haben, Alter. Okay, let's go. Warte, ich nehme noch kurz Panzerung. Macht noch kurz Panzerung rein. Bevor ihr reingeht. Er rennt wieder rein. Er rennt wieder vor. Ja, moin. Siehst du, wir müssen jetzt hier hin. Toll, die haben jetzt Spaß da drin, ey. Wir dürfen jetzt hier aufpassen. Ja, letztens genau wie die erste Mission, ey. Weißt du, die können deinen Krankenhaus sein. Bittest du ein Stück weit davor, damit ich steigen kann. Ja, wir sterben's wieder, Digga. Oh, wir müssen... Oh, doch nicht. Wir müssen... Okay, ich schalte die Agenten vor der Gießerei aus. Boah. Mit der Sniper. Das sind verdammt viele, Alter. Digga, der hat RPG überlebt. Er ist ein Insurgent, Alter. Lord. Digga, dieser... Jetzt, endlich. Okay, Digga, wo bist du? Wo bist du? Ja, und das ist... Ja, ich gehe jetzt vor. Komm, wir müssen jetzt hier in die... Wir müssen in die Agenten... Boah, wie geil ist das? Digga, was da... Alter! Junge, was ist das denn hier für eine Gießerei? Das ist komplett neu, Alter. Voll geil. Ja. Das ist richtig so eine Gießerei hier. Mit so heißem Metall und so. Das ist richtig geil gemacht. Hey, die Kopter? No, ey, ein brauner Barad. Ein goldener, Alter. Nee, rechts kommt der unten. Okay, let's go, let's go, let's go. Ich stehe dir aushalten, ne? Wahnsinn. Zwei! Ja, weil wir auch auf Schwert spielen müssen. Doppelkölbe. Oh, da kommen viele unten. Pass auf, die wollen da rein. Ja. Ah, die hauen ab, die hauen ab. Hier links lang. Hier ist noch einer. Vor uns rechts. Unten. Ja, ja. Vor uns, direkt vor uns. Mal ein Heli. Wo ist er? Boah, Alter, der Heli zieht sich wieder. Wir müssen weiter. Obergeschoss, Obergeschoss mit dem Hurtiger. Oh mein Gott. Hier hoch die Treppe, oder? Äh, ja. Da sind die Hände vom Hurtiger. Da ist der Heldschot, Digga. Oh mein Gott, ohm weitere Feinde. Battle down? Ja. Digga, da ist die Geise, glaube ich. Achtung, da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Den anderen habe ich auch. Man lebt wieder. Ja, easy, komm. Digga, halt. Schön gemacht. Bleib liegen. Was sehe ich? Ich sehne mal raus. Achtung, oh fuck, da kommen Leute. Was rennt der Typ denn vor? Da kommen richtig viele jetzt. Komm. Oh, ich wollte gerade rauszuhalten. Oh, da kommen voll viele. Ja, hier ist richtig Action jetzt. Schiech. Snapp ihr alle. Mann, der geht bei mir mal in die Treppe hoch. Aber muss nachladen. Geh weiter, weiter, weiter. Links unten. Der hat Panzerung von denen, Alter. Boah, ich muss Snacks nehmen. Agent, die bringen sich raus. Sonder Einsatzkommando, ein Crimax und Standard Grill. Go, 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 go. Ey, hier sind so viele. Pass auf, draußen sind richtig viele. Wo sind die denn? Unten alle davor, wo ihr reingegangen seid. Kann ich denn hier nicht runterspringen, Alter? Was ist das denn? Wir müssen hier runter, hier. Er ist tot, Alter. Ich bin runter. Hier geht's raus. Alter, Leute, das ist wirklich krass hier. Finde ich geil, dass Rockstar Games da hier auch komplett neue Orte, wirklich komplett neue Orte hinzugefügt hat. Das ist wirklich geil. Wir sind keine Gegner mehr, okay, wir können raus, wir können raus, wir kommen jetzt raus, wir kommen jetzt raus, mit dem Agenten. Ja. Ja. So, raus, Agent, hier. Okay, hier sind die Gegner. Mach jetzt keine Scheiße. Ich hole einmal. Pick die alle. Bleib am Boden. Boah. So. Das ist die SPP, Alter, hier vorne ist irgendwo noch einer. Wir müssen den Weg für den Agenten freimachen. Oh, wir müssen runter. Oh, oben ist noch irgendwo einer. Nein. Oh, Leon. Digga, ich bin die ganze Zeit mal die Leiter runtergegangen. Das ist jetzt ein Scheißwitz, oder? Ich gehe an die Leiter und der will nicht die Leiter runtergehen, sondern springt runter, Mann. Ihr könnt es mal im Stream sehen. Das gibt's nicht, ey. 24 Kills, Max hat 6 Kills. Digga, du hast mich auch die ganze Zeit blockiert, Alter. Warum sterbe ich immer? Kann mir das jemand sagen? Digga, die ganze Zeit hast du mich blockiert, Alter. Wir waren einfach 14, Alter. Was? Das schon, äh, vier Jahre. Gab's das, gab's das damals echt schon? Ich weiß das gar nicht mehr, das vier Jahre her, Leute. Na, damals wär's das doch noch nicht, oder? Guck mal, wir sind doch wieder da. Ich hab gerade nur ne... Före, komm, xx, Leon, xx, Nacken, beste YouTuber, feier deine Videos. Dankeschön. Okay, sehr gut, Leute. Wenigstens haben wir den Typ jetzt schon, das heißt, es geht direkt weiter. Okay, du musst ihn beschützen jetzt. Zum Abgabeord bringen. Beschütz mich. Schieß doch nicht auf mich, Mann. Hey, Idioten. Boah, Alter. Let's go, Leute, let's go. Richtig hier. Kein Russisch. So, oh, vor mir sind welche... Der hat auch richtig so der... Die wurden auch richtig in den Knall im Kopf gehalten. Oh, die haben auch gepanzerte Fahrt. Die haben diesen Night Shark, ja. Der, der Agent, der schießt halt auch. Egal, ich kann Haftbomben auf die werfen. Ich bin wie bei Mario Kart, werfst du einen Bananen da? Hey, was hast du denn? Du hast ne Benchy, fahr doch schneller. Ja, aber ich hab mich grad weggerampt. Bist du am Fahren, oder was? Ich werf dir einfach mit Haftbomben ab, Leute. Ganz easy. Der hat mir grad ein Polizeimmanöver gegeben, der Pistar. Gab es schon einen Baum, okay, ja. Wie gesagt, Story Mode, das ist echt vier Jahre her, seitdem wir den damals mal... Ich hab den nicht nochmal gespielt auf PC oder so. Schieß den Tempferd ab. Ja. Boah. Oh. Ich bin tot, Digga. Boggi, was geht, oder? Ich werf hier einfach die Haftbomben dran. Wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Der, der Typ hat 0 Chill, Alter. Der, die haben ab, die haben Angst. Guck mal, die spektale Kilometer, Alter. Was für Nuss. Die weggesprengt. Noch welche? Ach, die Scheiß. Oha, die hat die alle hoch. Easy, Leute, easy. Ja, warte mal ein Stück. Wo ist ein Benchy? Fahr schnell. Kann man die nicht supporten? Ja, mach mal ein bisschen langsamer, ja. Ey, ich fick die hier schon alle, Digga, mit Haftbomben, Alter. Haftbomben-Style ist da. Kann ich jetzt mal eine Haftbombe treffen? Nice. Oh. Oh, geil. Wie geht's gut? Und dir, Digga? Oh, oh. Easy, Leute. Muss auch down. Aus dem Weg geht Paul, brother. Alter. Was hier wird das aus, ja. Horns, Vorsicht. Helikopter, rechts. Oh. Auf drei Uhr. Oh. Oh, das ist Kampfhelikopter. Ich werf Molotow auf den Heli. Woo. Woo. Max, einfach der dabei, der, oh, alles anders macht, Digga. Ich werf auf dich, Molotows. Ich werf einfach Molotows rum, yo. Wie das aussieht, Digga. Wie so eine, boah. Boah, let's go. Helikopter. Einfach zuerst Helikopter. Oh, ich bin rausgefallen. Ich bin rausgefallen. Okay, komm, wir rein. Er ist jetzt gestorben, Alter. Tschüss, Digga. Komm mal. Schau mir. Abkürzung. Komm, klart ihr alle ab hier. Woider, woider, woider. Abkürzung. Das macht in meiner Flairgang kaputt. Offroad, Benji. Holy moly. Easy, Leute. So machen wir das hier. In-Games-Sound ist verzögert. Ja, Mann. Kann, kann nicht sein, Leute. Warst du verzögert? Jemand hat gerade bei mir in den Chat geschrieben, In-Games-Sound wäre verzögert, aber mein Sound ist ja, ist ja gleich, ist ja, ja. Ne, nicht Elgato, aber ich nehme ja ganz normal mit OBS auf. Also Desktop, weißt du? Ja, aber trotzdem. Achso, du hast ja keinen Screen-Grechner, stimmt. Doch, habe ich aber noch nicht angeschlossen. Oh, ja. Ja, aber du musst dir gehen raus. Oh, du bist da. Naja, das kann eigentlich nicht sein, weil über OBS ist mein Mikrofon, die läuft alles über gleiche Spur, deswegen. Oh, ja. Oh, ja. Mach keine Scheiße rein. Der hat gerade aus, wie so eine Motorhaube gebraucht. Das wollte ich nicht. Warum müssen wir den denn hier an den Arsch der Welt fahren, Alter? Grüß dich auch nicht, ja. Gott, Herr Primex. Hallo. Nur diese Extra-Wünsche. Oh. 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 Der Betis war geil. Oh, der wird direkt anzubrennen, Alter. Alter. Der hat richtig Bock. So, Junge. Digga, der Agent, ey. Oh, was? Hä? Was machst du denn, Junge? Der ist jetzt gestorben, Alter. Wie kann denn der Agent denn rausfliegen? Wie kann denn der raus... Digga, ist er ausgestiegen und du bist da stark ein? Oh, oh, oh. Ich seh schon, Alter. Warum steigt der aus? Digga, schwer, also schwer. Ich wundere mich, hä, wer rennt denn da? Ich hab Poli, Alter. Ist verzögert. Ist verzögert? Warum steigt der aus, Digga? Der wäre jetzt gestorben, Alter. Ist verzögert. Ja, war lustig gewesen. Sound ist verzögert. Hä? What the fuck, wie? Anfängerzettab, Digga. Hey, also, ich frag mich echt... Also, das hatte ich jetzt noch nie so. Also, nur mein In-Game-Sound oder ich auch? Oder... Ich check's nicht. Der will sofort ans Telefon, Digga. Ich kann hier gar nicht aussteigen. Ich kann gar nichts machen. Ja, jetzt. Ah, jetzt ist es vorbei. Ja, Mann. Morgen arg, Alter. Ja, Mann. Ja, Mann. Ihr Pisser, Alter. Ja, Platin. Ja, ja, ja. Gut. So. Aber jetzt, äh, machen wir erstmal Schluss nach der Mission, ne? Ja. Ja. Für heute reicht. Ja, Mann. Wir haben gerade nur zwei Missionen gemacht. Leute, morgen... Nicht mal. Das heißt, morgen... Aber morgen kommt es dann... Das heißt, noch drei müssen wir machen und dann kommt die U-Boot-Mission. Ich dachte heute ist auch schon... Ich dachte wirklich auch, ja. Aber... Egal, Leute. Jetzt haben... Das heißt, wir haben heute noch die Hälfte der Vorbereitungsmissionen für die U-Boot-Missionen gemacht. Morgen machen wir die andere Hälfte und die U-Boot-Missionen, würde ich sagen. Puh. Okay. Nur in-game. Nur in-game. Okay. Ja, gut. Ist jetzt... Aber eh nicht mehr so wichtig, Leute. Gut. Ich müde mich mal kurz, ne? No. Jo. Also gut, Leute. Dann würde ich sagen, das soll es von dem Livestream gewesen sein. Wir haben... Was haben wir denn alles gemacht? Wir haben die eine Hauptmission gemacht. Die war mega cool. Ähm. Und ja, ansonsten drei... Drei Vorbereitungsmissionen. Weil man muss irgendwie für diese U-Boot-Missionen hier sechs Vorbereitungsmissionen machen. Wir wussten das alle nicht. Und das Krasse ist, dass ja auch dann erst Akt 2... Also es gibt so viele Missionen hier zu machen. Das ist wirklich cool, dass es so viel zu tun gibt. Deswegen würde ich sagen, wir machen damit morgen einfach weiter. Weil, äh, wir sind jetzt auch schon wieder über zwei Stunden am Stream, Leute. Und ich hoffe, ähm... Ihr findet das nicht schlimm, Leute. Dass wir jetzt langsam mal fertig machen. Weil mir reicht's auch langsam, bin ich ganz ehrlich zu euch. Aber gut. So. Morgen geht's wie gesagt weiter. Dann kommt morgen auch wirklich die U-Boot-Mission, weil es fehlen jetzt halt nur noch drei. Und ja, wer jetzt noch grüßt werden will, der schreibt jetzt mal noch seinen Namen in den Chat. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Checkt auf jeden Fall noch mein... Du Hund. Checkt auf jeden Fall noch mein Instagram aus, Leute. Und, äh, gönnt euch noch mein Merch, wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht. Vielen Dank für die ganzen Donations, Leute. Ihr seid heute richtig ausgerastet mit den Donations. Also wirklich korrekte Community. Ich weiß das sehr zu schätzen, Leute. Und ja. So. Und dann gibt es einen Gruß an den Luca. Grüß dich auch an den Tristan. Dann grüße ich den Benedikt. Dann grüße ich den Sami. Und dann grüße ich den... Wen grüße ich den noch? Wessen Nummer 5. Dann grüße ich die Nummer 5. Und zwar, das ist Vincent. Grüß geht raus an dich. So. Dann grüße ich den Yannick, den Florian. Grüß geht raus an dich. An den Lars. Dann noch ein Gruß an den Jonas. So, das haben wir jetzt schnell gemacht. Und... Komm, machen wir noch zwei. Machen wir noch zwei, Leute. Machen wir noch zwei. Komm. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Die Letzten sind immer schwer. Weil ich will natürlich noch jeden nehmen. Aber... Ist immer ein bisschen schwer. Und zwar nehmen wir jetzt hier einfach noch die... Selina habe ich da gerade noch gesehen. Komm. Und wer ist jetzt der Letzte für heute? Wer ist der Letzte? Wer ist der Letzte? Das ist der... Der Yoshi. Den Namen hat man glaube ich noch gar nicht. Grüß geht raus an euch alle Leute. So. Das war es von dem Stream, Leute. Passt euch auf. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frisch. Und bis dann. Haut rein, Leute. Euer Kramix.